300.000 Asylbewerber, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Voll, voll, die Presse. Sein Name ist Volko Burriso, immerhin ein Verbündeter von Angela Merkel war lange Zeit. Und da werde ich jetzt ein weiteres Bild teilen, damit wir so ein bisschen darüber schmunzeln. Jetzt sagen wir da Merkel mit nacktem Oberkörper beim Tennisspielen. Ja, die Hose bis zum Kinn. Das nicht, das will wahrscheinlich erstmal auch keiner sehen. Hallo, herzlich willkommen und ganz viel Spaß bei unserem total populistischen Medien- und Presse-Podcast. Man kann sagen, wir sind heute das populistische Quartett oder auch nicht. Kleine Überraschung, soll noch folgen. Das Quartett besteht heute aus den vier Zoom-Kandidaten, dem Herrn Beef Rogers im Beefhole. Hallöchen! Das war der Einsatz. Und natürlich auch dem Herrn Sammer im Sammatorium zugeschaltet. Moin moin! Und für den Prolo habe ich mir auch einen schönen Namen aussagt. Prolo im Bordello del Prolo. Du meine Güte! Herzlich willkommen! Mein Name ist Ben Cartwright, ich bin natürlich auf der Ponderosa, was man jetzt hier vielleicht hört oder vielleicht auch nicht hört. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir populistisch wie wir sind auch einen Gast, eine Gästin, ich weiß nicht, ob man das so sagt, heute begrüßen dürfen, die Totti. Hallo! Hi, guten Abend! Wo erwischen wir dich denn? In welchem populistischen Loop? In diesem populistischen Dorf am Rhein, das stimme ich heute. Ach, Düsseldorf! Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und wie ihr schon hört, heute wieder eine kleine Themensendung, so zumindest der Angang. Populismus ist seit Jahren en vogue. Nur wir haben bisher davon keinen Gebrauch gemacht. Das soll sich heute ändern. Wir zeigen unsere populistische Seite und wollen natürlich auch hören, was es dazu in der Medienwelt gibt. Wir sind ja immer noch ein Medienpodcast, seit heute ein populistischer. Aber bevor wir das machen... Wait a minute! Who are you? Das ist das neue Jingle für die Gäste. Wer bist du denn eigentlich? Und was führt dich in so einen Podcast wie unseren, der jetzt auch noch hier auf Populismus macht? Oh wow, okay. Mein Name ist Totti und ich bin... Man hört es nicht, aber ich bin nicht deutsch. Ich bin Bulgarin und lebe seit 22 Jahren in Deutschland. Also aufgewachsen und pubertiert an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Und das passt jetzt in die Sendung. Als Kind der Demokratie aufgewachsen. Was heißt das denn? Das sehe ich mit vier, fünf Jahren schon auf den Schultern von meinem Vater an meinen ersten Demos teilgenommen habe. Das waren die Demos gegen das kommunistische Regime in Bulgarien. 1990 bin ich in die erste Klasse und zwar mit Englisch, weil Russisch das schon verboten war bei uns. Und mit 18 bin ich nach Deutschland gekommen, um hier mein Studium zu machen. Und seitdem bin ich hier irgendwie kleben geblieben und habe viele tolle Leute kennengelernt. Und seit zwei Jahren pendle ich so ein bisschen zwischen Frankreich und Deutschland, weil mir das deutsche Wetter ein bisschen auf den Keks geht, verständlicherweise. Verständlicherweise, ja. So, meine Interessen sind Politik, deswegen sitze ich glaube ich hier, Menschenrechte und privat bin ich ein großer Musikfan. Cool. Und gucke auch Filme. Das ist perfekt. Apropos Filme, lass mich ganz kurz meine Überraschung, die ich dir angekündigt habe, einspielen aus einem Film, wenn jemand aus Bulgarien kommt, dann muss der einfach kommen. Du blödquatschender, arroganter, rotznäsiger, englischer, riesen Schweinepriester, Arschprolet, Pfeifenwix, Sackgesicht, Arschloch. Oh, wirklich interessant. Sie kommen aus Bulgarien, richtig? Du bist aus Bulgarien, du Wichser. Also herzlich willkommen, jetzt weißt du, wo du hier gelandet bist, unsere Vulgarin vom Rhein. Hello, hello, Wanda. Hello, Wanda, genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, was uns Bulgarinnen auszeichnet, unsere feuerige Mentalität. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf die Sendung mit euch. Ja, das freuen wir auch und wir haben uns eben gedacht, so als kleinen Einstieg, es ist gar nicht so leicht lustig, über Populismus zu berichten, jetzt mit so einem Schmankerl oder Schenkelklopfer einzusteigen, aber der Beef hat sich gleichwohl mal die Mühe gemacht, in der Wikipedia nachzuschlagen oder im Was-is-was-Populismus. Und da würde ich sagen, fire away, Beef. Bitte mit Praxistipps. Genau. Genau. Die Bibliotheken umschauen. Also nee, es ist tatsächlich, es gibt relativ viele Seiten, also die Frage ist tatsächlich, was ist Populismus oder was bedeutet das? Unsere hochgebildeten Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich, dass das auf das lateinische Wort Populismus zurückgeht und das bezieht sich einfach auf das Volk und das ist letzten Endes auch schon einer der bestimmten Charakterzüge oder Merkmale von Populisten, weil sich Menschen, die populistisch sind oder sich populistisch äußern, oft auf das Volk beziehen. Also sie suggerieren, sie geben die Meinung des Volkes wieder und das ist schon das erste problematische Feld, weil rein statistisch bei, ich sage jetzt mal, das deutsche Volk gibt es ja so in der Form gar nicht, sage ich jetzt mal, genauso wie es andere Völker auch nicht gibt, weil das ist natürlich eine wilde Mischung aus vielen Dingen und es gibt auch nicht nur das eine Volk, sondern es ist einfach eine Zusammensetzung aus ganz, ganz vielen Meinungen, Menschen, Haltung. und das ist so das Kernthema und der Witz ist, dass quasi Populisten ganz oft meinen, sie geben irgendeine einfache Antwort, weil das Volk das so sieht und da wird es jetzt dann putzig, ein Teil des Volkes, je nachdem ob es rechts, links oder sonst wie Populismus ist, findet das dann auch noch richtig, dass ihnen quasi einer vorkaut oder eine vorkaut, wie sie zu meinen denken zu haben, zu sollten. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Also das, wie gesagt, einerseits die Bevölkerung als eine völlig gleiche Einheit zu betrachten und nicht als eine wilde Mischung aus allem Möglichen, aber nicht als einheitliche Menge oder Masse. Genau, und das, und der zweite wesentliche Punkt, und das finde ich halt auch noch, ist halt immer, das sieht man auch bei den vielen Populisten, die es jetzt weltweit, die es weltweit mehr oder weniger bekannt geworden sind, kommen wir da sicherlich gleich noch drauf, da können wir auch mal so ein, naja, Name-Dropping spielen, aber letzten Endes wird die Meinung des Volkes immer im Gegensatz zu den anderen. Das kann also irgendwie, es wird immer eine Linie, eine Front gezogen und wird immer gesagt, also die anderen und das, da wird eine Abgrenzung vollzogen. Ja, aber gern ja auch die da oben oder irgend so ein vermeintliches Establishment. Genau, genau, die können auch die da oben sein und das wurde früher auch in sozialistischen Staaten, war es dann halt ganz am Anfang oder in kommunistischen Staaten, da war es dann auch die, ja, oder die intellektuelle Elite und wurde dem Arbeiter gegenübergestellt und so weiter und so fort. Also das kann man in beliebigen Variationen spielen, es wird immer ein Gegensatzpaar quasi ausgerufen, das quasi, um da einfach, ja, auch da eine klare Abgrenzung zu ziehen, also wir oder die, so nach dem Motto. Und das ist, um dann auch dieses vermeintliche Wir zu vereinheitlichen oder zu stärken oder so eine Art Gruppe zu bilden. Das ist ja immer so, mit einem Mensch neigt ja dazu, sich irgendwie Gruppen anzuschließen und das ist so ein bisschen, er macht sich das zunutze. Und ein wesentlicher Punkt und das ist dann eben auch noch, dass, das wird hier auch genannt, halt einfach, dass Populisten gerne oder oft Angst und Unsicherheit schüren, indem sie dauernd Negatives berichten. Also das tatsächlich, da werden auch Gefahren, die angeblich von, das können von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen sein, das kann von anderen Akteuren sein, das kann von, wie man es ja auch leider erleben muss, von, dass eine vermeintliche Gefährlichkeit von Einwanderern ausgeht oder von Menschen, die nicht patriotisch werden oder was auch immer. Oder von homosexuellen Männern, also völlig beliebig, Hauptsache andere oder vermeintlich andere. Und das sind so die drei Kernmerkmale. Und wie gesagt, Populismus ist ein weites Feld, das gibt es ein Linkspopulismus, das gibt es ein Rechtspopulismus. Aber das sind so, ja, das ist erstmal so ganz grob oder ganz, da können wir gerne auch noch drüber diskutieren, so die Abgrenzung, was Populismus so ist. Ich erspare mir jetzt hier irgendwie da den geschichtlichen Hintergrund. Vielleicht einen kleinen Brückenschlag zu unserem Podcast-Oberthema. Ich habe in der Vorbereitung eben auch viel gefunden, dass Populismus und Medien natürlich ein Traumpaar sind, weil du brauchst natürlich ein Sprachrohr. Das ist in Zeiten des Social Media noch viel einfacher geworden als früher und führt vielleicht auch dazu, dass dieser Aufschwung von Populisten so erfolgreich gelaufen ist. Aber du brauchst halt irgendein Verbreitungsmedium, um den Populus zu erreichen. Und es muss vor allen Dingen noch ein idealerweise auf wenige einzelne Sätze oder Begriffe reduziertes Vorgehen sein. Das heißt, ein langer Artikel in einer Zeitung, der sich differenziert miteinander aussetzt, mit dem Thema auseinandersetzt, ist dann weniger populistisch als eben so der Einzeiler, der dann vielleicht auch in irgendeiner Talkshow dann rausgehauen wird, weil es halt einfach ein schöner Satz ist. Das ist leider auch so. Darf ich daran anknüpfen, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht auch nur nicht rausgehört habe, ein Punkt, der mir noch wichtig wäre, dass Populismus antipluralistisch ist und damit letztlich, das ist für mich ein total wichtiges Merkmal, weil er damit antidemokratisch ist. Also er lässt eben nur diese eine Meinung, die wahre Volksmeinung zu und keine Meinungsvielfalt und damit ist er antipluralistisch und damit auch antidemokratisch. Genau, das ergibt sich ja letzten Endes daraus, dass dann das Volk nur als eine Einheit betrachtet wird. Wie gesagt, da kann man sicherlich drüber diskutieren und da gibt es auch, es gibt ja Abstufungen, es gibt ja auch nicht den Fehler, dürfen wir jetzt auch nicht machen, den einen Populismus oder, sondern da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen Merkmale. Linke, rechte. Die Leute bei Wikipedia haben sich jetzt sehr viel Mühe gegeben, aber Totti, hast du noch was zu ergänzen? Nichts von Wikipedia übrigens. Na, umso besser. Also ich finde, das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von Populismus. Eigentlich, was Populismus für mich so bezeichnet, sind Menschen, die sympathisch wirken und scheinbar einfache Lösungen anbieten. Und es ist in der heutigen Zeit sehr selten, dass Populistinnen eigentlich so faschistenmäßig unterwegs sind. Das sind eher so rechtsextreme Geschichten. Die Populisten, die ich so mitgebracht habe, über die lacht man eigentlich sehr gerne, weil die witzig sind. Also vielleicht kann man auch sagen, das sind Leute des Volkes, so ein Stück weit auch. Die erreichen ja auch einen nennenswerten Teil des Volkes. Vielleicht kann ich ja mein erstes mitgebrachtes Beispiel hier so erzählen. Und dann sehen wir, ob ihr es erkennt, wer das ist eigentlich. Okay. Ich habe ein Zitat mitgebracht von ihm. Es ist ein er. Ein berühmter Populist der heutigen Zeit. Und er hat gesagt, nur Napoleon hat mehr geschafft als ich, aber ich bin definitiv größer. So, dieses Zitat kommt von einem Mann, der, bevor er seine politische Karriere angefangen hat, ziemlich lange gedauert hat, in einem europäischen Land. Und war der Sänger auf Schiffen, der war Kabarettist, der war Geschäftsmann, Eigentümer von einem Fußballklub, hat ein großes Medium-Imperium aufgebaut. Oh. Und Bunga-Bunga-Partys gefeiert. Genau. 18-Plus-Partys gefeiert. 18-Plus, ja, sehr schön. Ich kenne die unter Bunga-Bunga. Genau. Auf Schluss war er mit 80-Plus dabei. Genau, ich glaube, Ben hat das raus. Genau, das ist wer, Ben. Wie heißt er noch? Künstlich verstorben. Silvio Berlusconi. Genau. Und der wurde ja, sein Spitzname war Il Cavaliere, der Ritter. Der Ritter war 1,71 groß. 1,71. Macht ihn drei Zentimeter größer als Napoleon eigentlich. Aber ist ja nicht falsch, behauptet. Weißt du, wo du das gerade so sagst? Das fällt mir immer wieder auf. Wir lachen hier über so Populisten aus anderen Ländern, über den Silvio und vielleicht auch über andere Namen, die heute noch fallen. Auch ein USA gibt so einen. Und man denkt immer so, wie können die so doof sein, auf den reinfallen? Aus der Distanz wirken die viel entlarvter, wenn man so genau drauf guckt und das so ein bisschen seziert, als offensichtlich, wenn du so direkt in der Fokusgruppe dieser Leute bist. Die verfallen viel schneller und sind dann auch wirklich bereit, die Leute zu verteidigen. Und ja, den Berlusconi, wie oft war der Ministerpräsident, dreimal oder was? Viermal? Viermal. Viermal. Also wir haben ja immer wieder gewählt. Der hat ja tatsächlich auch einen Prozess wegen Korruption überlebt. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, weil das ist bezeichnend für sein Selbstbewusstsein. Er hat gesagt, es ist richtig, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, aber ich bin gleicher, weil mich die Mehrheit des italienischen Volkes gewählt hat. The Animal Farm. So gesagt, er hat aber George Orwell geklaut. Auch das noch. Auch das noch. Ja. Aber das liest man und man denkt sich, okay, der hat es drauf. Ich meine, ein gewisser Brise Humor, sehr viel Selbstbewusstsein und auch dazu zu stehen, dass man eigentlich pro Littenhaaf unterwegs ist. Ach, ich auch immer. Das ist, glaube ich, das Secret vom Populismus. Ja. Ja, ja, wir haben doch auch jetzt einen, der demnächst wahrscheinlich wieder zur Wahl steht, der von sich gesagt hat, dass er am ersten Tag seiner neuen Präsidentschaft ein Diktator sein wird. Da gehört schon ziemlich viel Selbstbewusstsein zu, sowas zu sagen. Mein Vater gab mir einen kleinen Lohn von einem Millionen Dollar. Meinst du den? Ja, den meinte ich. Ja, aber das Zitat, das habe ich jetzt leider nicht dabei. Das ist ja auch, George W. Bush Jr. hat ja auch mal gesagt, es ist, also übersetzt, es ist viel einfacher, in einer Diktatur zu leben, solange man der Diktator ist. Also, das sind ja auch schon fast weise Worte. Ja, Ben, richtig. Aber ich erinnere mich an unser Diktatoren-Special und da hast du uns darauf hingewiesen, dass die Typen alle irgendwann paranoid werden. Und alle ziemlich am Ende ihrer Zeit unglücklich sind. Ja, also das war zumindest meine Beobachtung. Das ist die Hoffnung, dass Diktatoren am Ende unglücklich werden, weil ansonsten würde man gerne selber Diktator werden. Ja, aber heute sind wir ja noch bei den Populisten, die vielleicht den Weg zur Diktatur sich bahnen. Also, das gehört ja durchaus zusammen, das Thema. Also, auch Adolf Hitler hat ja sehr populistische Thesen vertreten und damit sozusagen die Macht an sich gerissen, unter anderem damit. Und andere Diktatoren, also ich hatte damals in der Diktatoren-Sendung Herrn Trump als Diktator bezeichnet, weil er so Vorstufen davon schon zeigt. Und der ist dann nur wirklich ein lupenreiner Populist. Also, insofern sind wir schon ganz gut hier auf Betriebstemperatur gekommen. Ja, aber was ich nach wie vor erstaunlich finde, ich hatte das ja vorhin auch kurz angerissen. Und jetzt, Totti, wo du das auch sagst, das mit dem Gutankommen und der positiven Wahrnehmung und dem Charme oder was auch immer da noch so seine Rolle spielt, bei einem in Anführungsstrichen erfolgreichen, also ich wollte erst sagen, in Anführungsstrichen guten Populisten. Ich sag mal, einem erfolgreichen Populisten ist vielleicht die bessere Formulierung, weil das, spannende Frage, ob es gute Populisten auch gibt, oder ob Populismus bis zu einem gewissen Grade vielleicht auch für die Demokratie gut ist. Das wäre ja auch mal zu diskutieren. Aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil letzten Endes, gerade jetzt, wo der Ben auch das Thema Trump genannt hat, und ich meine, das ist ja auch, es scheint mir auch zumindest einen gewissen Teil des Populismus zu sein, hemmungslos zu lügen, also einen hemmungslos unfassbaren Scheiß zu erzählen, fernab von jeglichen Fakten, das einfach nur oft genug zu wiederholen, dann wird es schon wahr. Und da finde ich dann wiederum ist der Schritt dann auch, also wir haben ja nicht nur einen Sender, wir haben ja auch einen Empfänger. Und wenn dann irgendwie der ein oder andere oder die ein oder andere das völlig ausblendet, dann ist das schon so ein bisschen, ja, schwierig, wie man das dann so einstuft. Oder ob es dann auch, also ob ein guter Populist eben auch, na scheiße, das habe ich wieder gesagt, ein erfolgreicher Populist, ist, ob der vielleicht nur letzten Endes auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn im Prinzip viele Leute schlicht und ergreifend nicht mehr zuhören oder nur noch unfassbar oberflächlich zuhören. Oder eher so, dass wir bei der Religion glauben wollen und nicht wissen wollen. Ich würde sagen, das ist ja eher das Konzept der Wahrheit insgesamt. Ja, indem du halt gewisse Dinge grundsätzlich in Frage stellst, wird ja dann gar nicht mehr darüber diskutiert, ja, wer hat jetzt Recht, wer hat nicht Recht und irgendwann ist es dann allen egal. Und dann fängt es an. Ja, der Faktencheck ist des Populisten tot, würde ich sagen. Also wenn du dir wirklich die Mühe machst, das zu prüfen, nur das möchte dann ja auch keiner mehr hören. Also wie du sagst, die Empfänger sind ja total heiß auf diese einfachen Botschaften. Es gibt Böse, die Bösen müssen weg und dann geht es uns armen Leuten besser. Also ungefähr, das ist, das verfängt. Das ist relativ einfach, muss man auch nicht viel drüber nachdenken und kann sagen, nee, super, der macht das. Aber ist nicht dann wirklich so, ich glaube ja an das Konzept Mensch, aber ist nicht trotz allem, wie man das Thema, ein grundsätzliches Hinterfragen, man muss ja nicht immer alles bis in die 134. Position hinterfragen, aber bei manchen Dingen, ganz ehrlich, da sagt der gesunde Mensch wahrscheinlich, da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken. Das finde ich schon faszinierend. Ich definiere gesunden Menschenverstand im 21. Jahrhundert. Da geht es schon los. Ich finde, vielleicht dazu direkt, ich finde, es ist einfach, stell dir vor, ich meine, die Menschen, die für diese populistischen Botschaften empfänglich sind, haben kein einfaches Leben in der Regel. Die haben so einfach viel um die Ohren, die sind vielleicht nicht, die haben kein gutes Einkommen, die haben viele Probleme, die sie lösen müssen und dann müssen sie sich noch um diese Scheißpolitik kümmern. Also da kann man sagen, ja, es gibt andere Leute, die besser einfache Antworten liefern können. Das gefällt mir. Das macht mein Leben einfacher. Kann sein. Also ich würde das jetzt nicht so eins zu eins unterschreiben, weil jetzt gerade so bei dem aktuellen Populismus-Thema, jetzt hier AfD und Co., also deren Klientel setzt sich nicht im Wesentlichen nur aus, oder zum großen Teil nur aus Menschen zusammen, die jetzt geringe Einkommen haben oder so. Das ist gar nicht so der Fall. Also da habe ich jetzt relativ vor kurzer Zeit entsprechende Statistiken zu gelesen. Das ist ein Artikel auch in der Zeitung. Aber ja, wie gesagt, also ich stelle es in den Raum. Ich habe ja keine Antwort. Ja, ich denke auch, es ist vielleicht zweierlei. Es ist vielleicht, was Totti gesagt hat. Es ist ja meistens komplexer. Wir wollen ja auch jetzt nicht dem Populismus verfallen und da eine einfache Erklärung geben. Und es ist aber in der Tat auch, denke ich, so, dass nicht wenige Leute einfach, da haben wir schon oft hier drüber gesprochen, entsprechend das, was zu ihrer Überzeugung passt, hören wollen. Und dann geht es nicht so sehr darum, ob das irgendeinem Menschenverstand entspricht. Es entspricht vielleicht nur einer Emotion. Die Leute, zum Beispiel jetzt AfD, die blenden ja zum Beispiel auch aus, dass es ein wahnsinns Risiko ist, aus der EU auszutreten. Und trotzdem wollen sie es. Warum wollen sie es? Meiner Meinung nach, roter Faden, Nationalismus, Ausländer raus. Und das hat nicht unbedingt etwas mit wenig Einkommen und ich bin ungebildet zu tun, sondern das hat eben was mit einer Überzeugung zu tun. Und wir haben ja hier auch schon oft gesagt, dass die Leute sich ja auch dahin begeben, wo sie mit dem bedient werden, was sie hören wollen. Also da würde ich ganz kurz, dann halte ich mich auch mal zurück, weil ich rede viel zu viel schon. Beseitend Populist. Ja. Da würde ich jetzt eher so auch beiflichten, also gerade zum Thema, was das Thema EU angeht, eben was Totti sagte. Also ich glaube, da ist es tatsächlich, das Thema ist mit EU und einem Wirtschaftsaustritt. Und was das letzten Endes bedeutet, das ist ein unfassbarer, komplexes Thema. Und da werden sich die allermeisten Menschen irgendwie die ganzen Folgen, die da hinten dranhängen, im Detail. Ich glaube, da haben sich viele ausgeklinkt. Da kann man jetzt eher sagen, man findet es gut oder schlecht. Man nimmt vielleicht auch manche Vorzüge und schönen Dinge, die in Anführungsstrichen selbstverständlich sind, gar nicht mehr so wahr. Und man merkt es dann erst, wenn sie weg sind. Aber das Thema wurde ja auch schon mal mit dem Brexit durchgespielt. Das war ja auch ein rein populistisch besetzter, ja, ich will es gar nicht Wahlkampf nennen, aber eine Abstimmung. Und da ist ja mit Unwahrheiten und mit völligem Unsinn und mit Falschbehauptungen und eben viel Emotion agiert worden. Und das Ergebnis ist natürlich für Großbritannien letzten Endes wirtschaftlich ein Desaster. Ja, das passt doch wunderbar in das Bild rein, wenn wir gerade über Vereinfachung oder Übervereinfachung sprechen. Ja, ein komplexes Thema mit Ja oder Nein zu beantworten, da fängt das Problem ja schon an. Das ist tatsächlich schwierig. Ich wusste das schon immer und das ist natürlich auch richtig, was ich sage. Aber sobald du irgendwie, wenn du auf eine Ja-Nein-Antwort reduziert bist und irgendwann bist du nun noch völlig verwirrt und hast vielleicht auch noch tagsüber andere Sorgen, dann ist das halt nicht mehr so einfach. Ja, es ist schon richtig, dass es ein komplexes Thema ist jetzt. EU-Austritt, das jetzt auch nur noch kurz. Und dass da vielleicht viele Leute auch sich mit den Details nicht auskennen oder nicht vertraut machen wollen, weil es viel Arbeit ist und so weiter und so fort. Aber es gibt ja nachweislich genug Leute, die sich auskennen. Nicht zuletzt ja die AfD-Spitzenpolitiker, wenn du den Kran nimmst, der im EU-Parlament ja meines Wissens schon jetzt sitzt. Es gibt Leute, die blicken, was das für den Wohlstand in Deutschland und für die wirtschaftliche Entwicklung bedeuten würde, ein Austritt aus der EU. Dennoch wollen sie austreten und das ist meines Erachtens eine Sache der Prioritätensetzung. Es ist so ähnlich wie mit den Amis, die auch immer ein Thema haben. Sie wollen irgendwie entweder die Waffenliberalisierung beibehalten oder Abreibung auf jeden Fall verbieten. Und bei der AfD ist der rote Faden eben die Priorität sozusagen der Nationalismus. Und diese Priorität geht eben vor, vor diversen Nachteilen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Da sind nicht wenige, die diese Priorität eben haben und denen der Rest scheißegal ist. Ich würde gerne hier anschließen, weil man darf das nicht so deutschlandbezogen sehen. Ja. Weil diese AfD-Geschichte ist einfach so ein Stückchen von einem Gesamtbild, wo Rechtsextremismus und Nationalismus im europäischen Raum, aber auch in Lateinamerika oder in Afrika, gerade bei den Militärregimes, einfach reift. Und da werden Gelder dafür investiert, dass das passiert. Deswegen ist es nicht nur eine Ideologie, sondern es ist ein geopolitischer Faktor, der bestimmte demokratische Systeme destabilisieren soll. Und da ist AfD nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ein Urintropfen möchte ich für das Protokoll anmerken. Dankeschön. Und zweiter Urintropfen ist die Partei von Le Pen. Und dann haben wir Italien mit der Regierung von dieser Frau, die nachweislich rechtsextrem ist, die sich aber gerade anders, Meloni, die sich gerade anders positioniert. Und dann gucken wir uns in Lateinamerika an, was da in Venezuela los ist oder so. Also all diese Sachen hängen ja irgendwo zusammen. Ja, das ist ein weltweites Phänomen. Und das ist auch völlig egal, ob es Industrieländer, Schwellenländer, also es ist völlig wurscht quasi. Also es geht durch alle, also quer durch die Weltbevölkerung, wenn du so willst, oder durch die Weltstaaten. Das ist so. Ich hatte vorhin auch mal, ich habe Spaß, habe mir auch mal ein paar Namen einfach aufgeschrieben, die einem so einfallen. Und das waren erschreckend viele irgendwie. Also die da auch wirklich bekannt sind. Also eher Brasilien, die haben es jetzt einmal durch mit Bolsonaro irgendwie. USA sind möglicherweise zwischen zwei populistischen Phasen. Großbritannien hatten wir noch Boris Johnson, Viktor Orban in Ungarn, ist ja nun auch hinlänglich bekannt. Meloni wurde schon genannt, Le Pen schon genannt, die PiS-Partei in Polen mit all ihren Vertretern. Da war es ja nicht nur einer oder eine. Und ja, dann neben der AfD dann auch noch irgendwie in Aiwanger, zum Beispiel in Bayern. Also bei so einem süddeutschen Naturvolk in Anführungsstrichen, ist ja genau so ein Vogel. Hilfspopulist. Bitte? Hilfspopulist. Der ist, der ist, der ist Rechtspopulist, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, Entschuldigung. Ja, aber wird natürlich von einer vermeintlich demokratischen Partei eingeladen, mit zu regieren halt. Das muss man halt auch mal so ganz klar sagen. Markus Söder bereut es ja jetzt schon. Ach, Markus Söder bereut es immer, wenn er meint, es hilft ihm, wenn er irgendwas bereut. Also das ist, Markus Söder ist, also ich sag mal, Hilfspopulist. Tatsächlich. Also ich sag mal, Das Fähnchen im Wind. Ein Wendehals, Par excellence quasi. Und wobei Wendehals jetzt vielleicht der falsche Begriff ist, weil er aus einer anderen Ecke kommt. Aber letzten Endes ist dem alles egal. Hauptsache er bleibt an der Macht. Also das ist Markus Söder. Punkt. Was ja auch letztendlich so ein bisschen den Populisten mitdefiniert. Ja, so der Machterhalt ist ja auch ein Thema. Also Opportunist auch. Ja. Viele Populisten oder viel Populismus konnte man ja auch wunderbar in der Pandemie erleben. Das fand ich auch ganz scharf, was da alles dann denkt noch. Wie hieß das denn noch? die Leute da, die da mit ihnen Alu hüten. Querdenker. Die Querdenker. Die Querdenker. Das war auch eine richtig scharfe Bewegung. Teilweise bekam man in den Läden gar keine Alufolie. Ja, man musste sie mit Koperwür aushalten. Man muss aber fairerweise aber auch sagen, dass gerade in der Pandemie sich auch genau aus der anderen Richtung sehr viele populistische oder Leute populistisch geäußert haben. Also da waren auch Äußerungen von zum Beispiel diesem Gassen, diesem Kassenschäfter, die unter aller Sau waren, die auch ganz deutlich Richtung Populismus gingen und die gegen die Querdenker und Anti-Impf-Community gingen mit Äußerungen, die schon heftig waren. Ja. Wenn man ja so ein bisschen und das ist halt glaube ich, um da auch nochmal auf das, was Totti eben sagte, anzuschließen mit diesem in Anführungsstrichen weltweiten Phänomen. Da wäre jetzt ja spannend zu fragen, wo dran liegt es? Also haben wir einfach jetzt, solch unsichere Zeiten, dass wir, also in die ganze Welt befindet sich oder viele Länder und die ganzen, viele Regionen, muss man jetzt gar nicht nur nach politischen Landesgrenzen irgendwie ziehen, befinden sich in erheblichem Wandel beziehungsweise vielen wird bewusst, dass ein Wandel bevorsteht. Das ist, ich sag mal, Klimawandel ist ein Riesenthema natürlich. Das Verabschieden unglaubliche Bevölkerungsbewegungen auf der ganzen Welt. Aber schon immer. Ja, aber ich glaube, Migrationsbewegungen gab es schon immer. Das stimmt. Die kommen halt jetzt nur hier vorbei. Ja, früher haben die sich in Anführungsstrichen nur innerhalb von Afrika bewegt, dann ist es einem jetzt so aufgefallen. Das ist halt sehr präsent. Ja, genau, das, also ich glaube, ja, aber es sind viele, ich sag mal, mehr oder weniger große Krisen, die jetzt irgendwie gleichzeitig aufschlagen und ich glaube, das verunsichert viele Menschen. Das geht einem ja selber manchmal so, dass man dann einfach das Gefühl der Überforderung hat und ich weiß nicht, ob das den Populismus natürlich auch Vorschub leistet oder es dann den Populisten leichter macht, dann sind wir wieder bei dem, was du sagtest, Dotti, einfache Antworten. Genau, einfache Antworten und vermeintlich einfache Lösungen. Knackige Botschaften, das ist doch genau das, was du auch gesagt hast eben. Also die bieten einen scheinbaren Ausweg. Also ich sehe das so ein bisschen durch die Brille, meine bulgarische Brille jetzt und ich würde das eher so ein bisschen in der Sozialpsychologie sehen. Viel mehr als diese Verunsicherung ist das, was diese Länder, wo Populismus so wirklich seit Jahrzehnten unterwegs ist und das ist jetzt Osteuropa zum Beispiel, ganz krass und auch Lateinamerika, dass das Länder sind, die vor 50 Jahren kommunistische oder Militärregime hatten, also im Prinzip diktatorische Regime. Das heißt, dass ein Staat entschieden hat über die Bevölkerung, egal ob Militärregime oder kommunistisches Regime, ist ja beides diktatorisch. Die geht ja auch gerne Hand in Hand. Ja, genau. Das heißt, diese Generation, die da das erlebt hat, hat das ja weitergegeben an die nächste. Es ist ja eine Erziehungssache. Man spricht ja in der Politikwissenschaft von mündigen Bürgerinnen. Menschen, ja? Das heißt, Leute, die im Prinzip hinterfragen, die Sachen nicht direkt für wahr halten, sondern auch mal in Zweifel ziehen und so weiter. Diese Generation, die da unter so einem Regime aufgewachsen ist, hat diese Fähigkeit gar nicht gelernt, weil man sollte ja nicht hinterfragen. Man sollte ja genau so leben. Und das zieht sich ja durch die Generationen auch zu künftigen Generationen. Es ist ja im Prinzip, wenn du so willst, ein intergenerationales Trauma, was man ja mitgibt an die nächste Generation. Und es dauert ja, die Politikwissenschaft spricht ja von irgendwie 50 Jahren oder mehr, wo im Prinzip dieses Denken anfängt, sich zu ändern und wo es einfach auch eine Veränderung des Bewusstseins erreicht wird, wo Menschen auch die Möglichkeit haben, in anderen Ländern zu leben, das zu erfahren, dass es halt andere Realitäten gibt. Aber dann stelle ich mal eine Frage jetzt dazu. Also ich bin auf dem, bei Sozialpsychologie bin ich tatsächlich jetzt nicht so bewandert, aber das betrifft ja, was du jetzt beschrieben hast, mag jetzt für einige der ehemaligen osteuropäischen Länder zutreffen, aber es betrifft ja zum Beispiel nicht Frankreich oder Großbritannien oder Saarland. Also keine Ahnung, also überall da, wo jetzt Populisten auch konsensfähig sind. Also deswegen ist für mich die spannende Frage, also ist das auch nur ein möglicher Weg oder also wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, wahrscheinlich gibt es da keine einfache Antwort, aber also gerade in Frankreich oder sowas, da gibt es ja dieses Rechtsnationale schon relativ lang, also Le Pen und das ist ja ihr Vater war ja nun auch schon unterwegs zu dem Thema und die sind ja die sind ja schon so bestimmt seit 30 Jahren da mehr oder weniger zumindest mal in einem Bereich zwischen 10 und 20 Prozent und jetzt noch mehr, aber in Frankreich gab es das ja so nicht. also aber der Unterschied ist, dass die nie Regierungspartei gewesen sind. Noch nicht mehr. Also ich meine, da sind, also wenn du darüber nachdenkst, das sind alles Länder, wo eben populistische Parteien ja, da sind als Teil der Parteilandschaft, aber niemals bisher eine Regierung gebildet haben. Ja, aber in den USA haben wir doch den Trump an der Macht gehabt. Ja, aber USA ist jetzt eine Ausnahme von allen Systemen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich glaube, du kannst den Populismus, aber tatsächlich, man kann das, man kann das, glaube ich, nicht so eingrenzen oder, oder nur aus, aus dieser, dieser Erklärungsansatz von dir, Toto, der ist mir eingängig, der klingt da durchaus plausibel, aber ich glaube, es gibt diese Probleme auch tatsächlich, wie der Beef sagt, auch in Staaten, wo der Ansatz dort jedenfalls nicht greift. Das heißt nicht, dass er nicht in Osteuropa zum Beispiel richtig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es komplexer ist. Hat eigentlich irgendjemand was aus den Medien mitgebracht oder sind wir kein Medien-Podcast? Ja, ich habe ein bisschen was aus den Medien mitgebracht. Aber der Ben möchte auch ganz dringen. Ja, ich dachte, vielleicht machen wir eine kleine Zäsur. Wir haben jetzt so einen guten Einstieg und auch schon viel besprochen. Der Beef zeigt aufs Bier. Ich muss gestehen, ich bleibe heute bei Hals, ja, die Uhr, ich bleibe bei hier Hals- und Ohrentee, hätte ich fast gesagt. Hals- und Hustentee. Aber ich habe natürlich auch mir gedacht, wenn wir hier über Populisten reden und auf andere Populisten zeigen und testen wir uns doch mal selber, wie populistisch sind wir denn vielleicht einfach. Und da teile ich mal ganz kurz für die hier im Zoom den Screen. Und da man da 20 Fragen beantworten muss, wie kann ich das hier wegmachen, so, im Tagesanzeiger eine Schweizer Zeitung, eine sehr schöne Schweizer Zeitung, hat vor zwei Jahren, nee Quatsch, vier Jahren, 2020 diesen Artikel hier rausgehauen, wie populistisch sind sie, beantworten sie 20 Fragen und sehen sie, wie populistisch sie im Vergleich zu Weltführern und jetzt Schweizer Politikern, das ist ja unser neuer Fokus, die Schweiz und anderen Leserinnen und Lesern sind. Und damit das nicht allzu lange dauert, habe ich schon zwölf Fragen beantwortet und die letzten acht würde ich gerne mit euch, also wenn es vielleicht hinterher ganz übel ausgeht, bin ich das schuld, aber ich lese mal schnell vor, stimmen sie der folgenden Aussage zu, erneuerbare Energiequellen sind wichtig und jetzt kann man hier für die Hörerinnen und Hörer auf einer siebengliedrigen Skala von Stimme voll und ganz zu bis Stimme überhaupt nicht zu Nuancen machen, in der Mitte ist noch ein Weder noch. Ich würde sagen, immer reihum, Totti, fang du mal an, du darfst die Frage 13 beantworten. Stimme voll und ganz zu. Okay, dann machen wir weiter, Frage 14, Umweltschutz ist wichtig, Bief. Ja, Stimme auch da voll und ganz zu. Oh Gott, Obwohl es wichtig ist. Konservatismus ist wichtig, das geben wir doch mal dem Sommer. Konservatismus ist wichtig. Frage 15. Ja, ist auch in einer Gesellschaft wichtig, also kannst du ruhig voll und ganz machen. Wir sind ja hier sehr binär. Jetzt der Prollo, die Autorität der Kirche ist wichtig. Nee, dann machen wir ganz un. Ganz un, stimmen überhaupt nicht zu. Jetzt mache ich mal linke Politik ist wichtig, ich überspringe das Totti. Ich habe ja schon. Ja, stimme teilweise zu. Okay. Sozialistische Politik ist wichtig, Bief. Jetzt müsste ich meine Sozialismus Definition. Ich stimme teilweise zu, doch, also ich sage mal bis zum gewissen Grad, so wie ich Sozialismus verstehe, das ist jetzt ein bisschen, naja. Jetzt eine schöne Frage für den, sag mal wieder, die gleichgeschlechtliche Ehe soll möglich sein. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Und der Prollo hat ja schon diverse Kinder zu Hause, aber vielleicht, wenn er sich mal irgendwie umorientieren möchte, die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare soll möglich sein. Letzte Frage. Wenn die wissen, worauf sie sich einlassen, voll und ganz. Genau. So, jetzt, ach Gott, jetzt müssen wir ja noch das Alter, sagen wir mal, wir sind irgendwo, wir haben heute Verjüngung, dann sind wir divers natürlich und Ausbildung extrem gut gebildet, hier mindestens Uni. So, jetzt schauen wir mal. Und? Wir sind hier bei Barack Obama, also sehr nah an Barack Obama, das ist ja nicht schlecht. So ein bisschen oberhalb Richtung, also das ist hier so links. Das ist der Bruder vom Julio Iglesias. Man muss das erklären, hier ist eine Skala, oben steht stark populistisch, unten steht nicht populistisch und dann ist in der Mitte ein links populistisch und ein rechts populistisch und Barack Obama ist so im, fast in der Mitte, noch ein bisschen mehr in der Mitte ist Emmanuel Macron, aber nicht besonders populistisch. Also sie sind beide eher, also der Obama sogar leicht unter dem Mittelstrich. Ganz oben bei links populistisch ist zum Beispiel Bernie Sanders und bei rechts populistisch Matteo Salvini auch aus Italien und Donald Trump, Nigel Farage aus UK, Viktor Orban, die stehen da so auf der rechten Seite. Das ist gar nicht so weit außen, wie ich dachte. Und Angela Merkel ist auch eher rechts, aber, also, nein, eigentlich ist Mitte, Mitte rechts, würde man sagen hier, aber eher weit unten bei nicht populistisch, also diejenige, die am weitesten nicht populistisch ist. Wir schicken das, ich mache mal hier einen Screenshot später von und wir schicken das vielleicht in die Shownotes, aber das war sehr schön, dass ihr das mit mir gemacht habt. Also wir können eigentlich hier völlig neutral sprechen. Wir sind eher ein Hauch links, aber ziemlich, ziemlich genau auf der Mitte zwischen stark populistisch und wenig populistisch. Ich finde die Grafik faszinierend, weil irgendjemand muss ja zum Ergebnis gekommen sein, dass Emmanuel Macron ein bisschen weniger links ist als Barack Obama und zugleich auch ein klein wenig nur weniger populistisch. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder so eine aggregierte Studie. Ja. Nee, der hat hier mitgemacht bei der Zeitung. Der hat das ausgefüllt. Und Barack Obama auch. Ja. Also hier steht noch ein Fazit. Sie sind in ihren politischen Ansichten Barack Obama am ähnlichsten, am weitesten entfernt von Donald Trump, im politischen Spektrum eher links positioniert, für populistische Ideen zum Teil empfänglich. Das können wir doch... Wunderschön. Das können wir... Das schicke ich nachher in Twitter. Geh mal runter, geh mal runter. Hier die anderen Leser vom Tagesdingszeiger. Na ja, gut. Ja. Wir befinden uns tatsächlich in einer Wolke. In der Blase. In der Blase von der Zeitung. Genau. Aber was mich wundert bei dieser Grafik, kannst du mal bitte hoch, da fehlt ja einer der berühmtesten Populistinnen heutzutage, nämlich Putin. Wo ist denn der? Ist der außerhalb von der Grafik? Ja, der ist schon Diktator wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Der ist schon Diktator, der muss nicht mehr populistisch sein. Der hat das Upgrade bekommen. Ja, gesprengt, genau. Also es ist halt von 2020, das muss man dazu sagen, aber da mit Sicherheit... Aber da gab es Putin ja auch schon. Nein, ich wollte gerade sagen, aber da war er, glaube ich, auch schon nicht dafür bekannt, dass er wahnsinnig populistisch unbedingt sein musste, sondern er ist einfach ein krasser Machtmensch und sichert das ja mit anderen Mitteln. Er ist ein Diktator. Fenstersturz und Co. Der ist schon einen, genau, der ist schon einen Schritt weiter, der ist Diktator. Diktator muss nicht populistisch sein. Also ich meine, was ja hier so ein bisschen, Roger, Roger oder Roger Köppel, das kennt ihn jemand? Ja, das ist wahrscheinlich irgendein Schweizer Populist, weil der muss ja auch da rein. Genauso wie Karin Keller-Sutter vermutlich auch aus der Schweiz ist. Und die Viola am Herd. Viola am Herd. Ja, Nigel Farage, von dem hat man auch, der hat sich auch entspannt verpisst, oder macht ja noch was, außer seinerzeit den Brexit. Er hat das vorgekommen. Das war ja sein größtes Challenge. Er hat alles geschafft. Ja. Also ich denke, das Ergebnis für uns kann sich sehen lassen. Mit Barack Obama kann ich persönlich mich gut identifizieren. Absolut. Witzigerweise, ich habe den Artikel jetzt, ich kann den aber mal rausschicken, wird ja gemutmaßt, dass Donald Trump nicht zuletzt deswegen auch sich überlegt hat, in die Politik zu gehen, weil er mal bei einer öffentlichen Veranstaltung in 2011, meine ich, von Barack Obama einfach vor versammeltem Publikum hoch und runter gesaut wurde. Also sprich, der hat ihn dermaßen auf die Hörner genommen mit Worten, natürlich nur und er hat ihn als, ja, also in verschiedensten Formen elegant formuliert, als Steppen dahingestellt etc. Und da wurde jetzt irgendwie kolportiert, dass das quasi für Trump gegebenenfalls der Anstoß gewesen wäre, in die Politik zu gehen und dass er eben auch seinerzeit die Hillary Clinton und wen auch immer, dass er die Leute alle blöd findet und dies und jenes, aber dass er Barack Obama aus tiefstem Herzen hasst, das ist wohl einer seiner Antriebe, dass er einfach Obama wirklich abgrundtief hasst und alle anderen nur unfassbar scheiße findet und dass das irgendwie so ein bisschen der negative Impuls ist, um die Politik zu gehen. Dann ist das ja schon wahr, dass Obama schuld da dran ist, an allem. Ich weiß, ob es wahr ist. Ich habe das auch nur mal gehört. Also ich glaube, dass er zumindest, also das nehme ich dir durchaus ab, Beef, das passt, aber ich glaube, er hat gleichwohl ziemlichen Respekt vor ihm, weil in der Diskussion um die betrogene Wahl, die er ja immer führt, hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass Biden ja irgendwie noch mehr Stimmen hätte, sogar als Obama. und er hat quasi als Obama so selbst so ein bisschen als das Nonplusultra dargestellt und gesagt, das kann gar nicht stimmen, dass der Biden so viele Stimmen hat, sogar mehr als dieser Obama. Keine Ahnung. Oder er wollte damit natürlich Obama-Basche, dass er sagt, hier komm Obama, du bist gar nicht so ein Held. Also ich weiß es nicht. Also ich kann nicht, ich stelle den Artikel natürlich gar nicht zur Verfügung, aber fand ich ganz spannend. Und mein Obama spielt allein, was das Intellektuelle angeht, keine Ahnung, acht Ligen über Trump. Also das ist halt so. Und ich glaube, das hat ihn damals, also so wurde das halt da beschrieben, hätte ihn einfach massiv geärgert, vor allen Dingen, weil er auch vor vielen anderen einfach bloßgestellt wurde von Obama. Ja, das ist natürlich für so einen Typen, glaube ich, das Schlimmste. Genau, das ist... Der ist ja, ich habe den Begriff vergessen, aber... Narzisst. Narzisst, herzlichen Dank. Ego-Mano. Ego-Mano wahrscheinlich auch. Ego-Mano und Narzisst, das ist eine fiese Kombination. Der Herr Ferrari ist heute so still. Hat der was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Ich würde... Wir haben ja jetzt, vorhin fiel schon mal der Begriff Twitter und überhaupt das Internet. Und ich habe meine kleine Einordnung tatsächlich dabei. Eine kleine Studie, die ist von 21, aber ich denke weiterhin aktuell. zur Frage, welche Medien eigentlich verschiedene Parlamentarier aus diversen EU-Ländern und der Schweiz teilen auf Twitter. Also die Frage ist ja immer, also schickt der Rechte nur irgendwelche rechten Käseblätter ins Rennen und stachelt da die Leute auf oder wie ist denn das eigentlich mit den Medien, die da so geteilt werden? Und die Analyse ist ganz interessant. Nämlich, es ist tatsächlich nicht so, dass rechtspopulistische Politiker sozusagen ihre eigenen einseitigen Medien verlinken, sondern es ist tatsächlich so, also ausgewertet wurden immerhin 4,3 Millionen Tweets übrigens von über 2000 Parlamentariern aus 141 Parteien. Es ist also schon ein bisschen größer aufgezogen, allerdings ist ja jetzt eher Zentraleuropa im Fokus. Und ja, in Ländern mit hohem Medienvertrauen verlinken Populisten tatsächlich auch eher Mainstream-Quellen, die auch von anderen Politikern verlinkt werden und auch in sogenannten wenig polarisierten Gesellschaften das Ähnliche, während hingegen, weil sich halt in diesen Ländern die Mobilisierung gesellschaftlicher Ränder für sie weniger auszahlt und in weniger oder in Ländern, wo die rechtspopulistische Partei weniger integriert ist, also Deutschland oder Niederlande werden hier genannt, zeigt sich eine Verlinkungspraxis, die sich von der anderer Politiker unterscheidet. Also da werden dann, hat dann sozusagen die AfD ihr eigenes Link-Repertoire und jetzt könnte man natürlich glauben, okay, wenn ich halt die Mainstream-Medien, wenn man sie so nennen mag, verlinke, dann bin ich ja eigentlich gar nicht mehr extrem. Das funktioniert in den Fällen aber anders, dass nämlich, man kann ja auch in, ich sag mal, in breit orientierten Medien selektiv verlinken und genau das passiert dann nämlich, dass eben immer nur einzelne Beiträge eines Mediums geteilt werden mit bestimmten Ausrichtungen, also inhaltlicher Natur oder thematischer Natur und sodass man sich eben auch aus einem, ich sag mal, breit aufgestellten Medium sehr selektiv und im Zweifel auch extrem bedienen kann und ja, das sei jetzt mal so dahingestellt, also ist tatsächlich nicht nur ein Bauchgefühl, sondern hat zumindest vor zweieinhalb Jahren noch gestimmt und ich würde mal behaupten, es ist weiterhin ähnlich. Direkte Frage dazu, ist das jemand, der aus einem Land kommt, wo bestimmten Leuten Medien angehören. Was sind diese Medien? Also wurde in dieser Umfrage auch gezeigt, wem diese Medien gehören. Da müsste ich die Studie lesen, für sowas habe ich hier keine Zeit. Aber ich sag mal, die Antwort wird ja sein, da bin ich mir sehr sicher, das behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich meine letztendlich, das müsste ich mir jetzt hier quasi aus wissenschaftlicher Datenbank erkaufen. Die spannende Frage fand ich aber eher, also die grundsätzliche Sache, also welche Medien werden eigentlich verlinkt, kommt der Rechte immer nur mit seinem rechten Blatt um die Ecke? Und ist es eigentlich vielleicht mittlerweile auch anders? Weil letztendlich wird ja aus dem rechtspopulistischen Spektrum zumindest hier eigentlich auf der Medienlandschaft rumgehackt. Die Lügenpresse ist ja auch ein legendärer Begriff inzwischen und das ist tatsächlich auch ein Aspekt dieser Studie. Die Lügenpresse ist nämlich immer gerade dann ganz recht, wenn sie zufällig gerade das aussagt oder zu belegen scheint, was man ohnehin schon wusste. Insofern dann wird halt auch aus der Süddeutschen verlinkt, Beef auch von den braunen oder mit den grünen Krawatte gibt es den eigentlich noch? Der ist ersetzt worden durch diese Frau, der Gauland. Egal. Ich kenne die alle nicht Alice Weidel. Genau. Die Schweizerin. Alles, das ist mein Schnitzel Weidel. Ist sie Schweizerin oder wohnt sie nur in der Schweiz mit ihrer Lebenspartnerin? Ich meine die Schweizerin. Ich meine die wäre also ich glaube die ist deutsch aber wohnt in der Schweiz mit ihrer Partnerin. Nein, sie ist Schweizerin weil da wäre sie von ihrer eigenen Regelung betroffen. Ja, sie ist ja mal gefragt worden und hat ja gesagt, also die AfD steht ja nicht gerade für gleichgeschlechtliche Beziehungen und sie sagte aber sie wäre ja nicht queer. Also das wäre also sie hat versucht das Thema völlig runterzureden. Aber ja. Ja, so fasselt man sich dann schnell. Aber ich meine Hitler war ja auch Schweizer. Sie ist im Gütersloh geboren. Das ist jetzt die Insider für die Stammhörer. Aber ja, keine Ahnung. Also diese Leute das ist ja auch so eine Frage. Ja, das hatten wir eben hier. Für mich gilt das Gesetz nur eingeschränkt. Mit voller Mehrheit. Genau. Also für das normale Volk ist das natürlich verboten, aber ich bin natürlich nicht ganz queer und da kann ich mir dann das schon erlauben, weil das ja eine normale Beziehung. Habe ich da gerade queer gehört? Ja. Da hätte ich was. Da hätte ich was. Hört mal gerade zu. Hey, I'm lesbian. I think you're American. Endlich geht das Niveau mal ein bisschen runter. Das ist ja schon viel zu anders. Sehr gut. Ich möchte jetzt ein Bild teilen und möchte euch mal fragen, was glaubt ihr, wer auf diesem Bild zu sehen ist? Die interessanteste Figur. Bitte? so, und beschreibt mal bitte, was ihr seht für die Hörerinnen und Hörer. Oh. Oh. Also, ich fange mal an, da sind vier Männer um die 50 plus minus mit Tennis schlägern, kurzen Hosen und einer hat den Oberkörper frei und das ist so richtige Ochse. Das ist auch zufällig, der mit dem dicksten Bauch und die Shorts geht bis exakt zur Mitte des Bauchnabels. Und die schmeißen sich aber ziemlich in Pose, die vier. Ja stimmt, der hat die Shorts so über den Fass an den Bauchnabel rangezogen, damit die Beine länger wirken. Okay, wunderschön. Was glaubt ihr, wer dieser Typ ist? Es ist nicht der Bruder von Putin, das sage ich schon jetzt. Es ist auch nicht Roger Federer, die haben ja alle Tennisschläger in der Hand, aber Roger Federer ist es auch nicht. Ist das ein bulgarischer Politiker? Tatsächlich. Tatsächlich ist das ein dreifacher Ministerpräsident Bulgariens, der über neun Jahre dieses Land auch mit seiner Partei regiert hat. Sein Name ist Bojko Burisov, den habe ich jetzt als zweiten prominenten Populisten mitgebracht, der jetzt in unserer Runde ja wenig bekannt ist. Aber immerhin ein Verbündeter von Angela Merkel war lange Zeit. Und da werde ich jetzt ein weiteres Bild teilen, damit wir so ein bisschen darüber schmunzeln. Jetzt Angela Merkel mit nacktem Oberkörper beim Tennisspielen? Ja, die Hose bis zum Kinn. Das will wahrscheinlich erstmal auch keiner sehen. Deswegen machen wir keinen Videopodcast. das sind die beiden auf einem EU-Treffen in Brüssel während der Pandemie. Beschreibt mir, was ihr seht auf dem Bild. Jetzt hängt es zu tief. Jetzt hängt nämlich der Hüssel raus. Also bei dem, nee, also anders gesagt, der Herr trägt Maske, aber die Maske hängt zu tief unter der Nase. Oder wird von Angela Merkel darauf aufmerksam gemacht, offensichtlich. Ja, und offensichtlich, sie hat eine richtige Maske an und eher so eine Stoffmaske, die man, glaube ich, später mal verboten hat, aus hygienischen Gründen. Sinnlosigkeit. Ich wollte sagen, das ist ja doppelt sinnlos, die einerseits als Stoffmaske und andererseits dann eben die noch unterhalb der Nase zu tragen. Vielleicht ist es aber auch nur eine Halterung fürs zweite oder dritte Kinn, dass das nicht über die Krawatte fällt. Also das kann ja auch sein. Wollt ihr jetzt ein bisschen wissen über diese Person? Jetzt habe ich euer Interesse so ein bisschen gepusht. Fangen wir vielleicht mit seinem Spitznamen an. Der heißt ja Boiko, das ist ja sein Vorname, ist ein bulgarischer Name vom Land, muss man dazu sagen. Und sein Spitzname ist Kodell der Körbis. Der Körbis? Was ist sein Spitzname? Der Körbis, der Körbis. Ah, der Körbis. Was ihn zu einem Primärminister gemacht hat, also seine Qualifikationen. Es ist noch viel spannender als die Biografie von Berlusconi, das verspreche ich. Also der ist von der Ausbildung der Feuerwehrmann. war er lange Zeit aktives Mitglied der kommunistischen in Bulgarien und Bataillonskommandeur zur Bewachung landwirtschaftlicher Flächen. Dazu war er ganz kurz, was ist er? Security. Für landwirtschaftliche Flächen. Er hat Acker gemacht. Acker Security. kommunistische Regime. Es ist Acker Security. Okay. Ja, weil sonst hätte man das geklaut, nämlich die Ernte. Die muss ja fair verteilt werden unter allen. Oder eben nicht. Genau. Er war eher mal sportlich, das sieht man jetzt auf den Fotos nicht, aber der hat tatsächlich einen siebten dann in Karate und schwarzen Gürtel. Fußballspieler. Und nach der Wende hat er als Security für berühmte Politikerin gearbeitet. Das war seine Biografie. Und seit 2001 hat er eine steile politische Karriere begonnen. Dann war er in verschiedenen Ämtern, unter anderem Bürgermeister der Hauptstadt Bulgarien Sofia. Und 2009 wurde er als Premierminister gewählt. Und in diesem Amt hat er sich neun Jahre gehalten. Das muss man mit den Qualifikationen erstmal schaffen. So, und ich habe ein Zitat von ihm mitgebracht. Darüber lache ich mich, darüber schmunzeln wir Bulgaren sehr viel. Also eigentlich zwei. Also ein Zitat mit bulgarischem Tiefsinn, das ist, er sagt, über ein kleines Schwein und einen neuen Chef freue ich mich nie. über ein kleines Schwein und einen neuen Chef freue ich mich nie. Ja, weil die Bulgaren dann auf dem Land essen viel Schweinefleisch. Ach so, wenn das Schwein zu klein ist, dann ist nicht gut. Das ist nicht gut. Genauso wenig wie ein neuer Chef. Ach, okay. Und das zweite Zitat ist, er hat mal gesagt, Worte fliegen weg, es bleibt. Und dazu habe ich mal sein Prestige Projekt mitgebracht, sein Prestige Bauprojekt. Also jetzt muss ich mal Hintergrund erzählen. Bulgarien hat zwei Autobahnen. Das ist jetzt im Vergleich zu Deutschland gar nicht vorstellbar. Es gibt eine Autobahn, die die Hauptstadt mit dem Schwarzen Meer verbindet, weil sehr viele Leute aus der Hauptstadt einfach Urlaub machen am Schwarzen Meer und da müssen die ja hinkommen irgendwie. Diese Autobahn, es sind 360 Kilometer, der Baubeginn ist 1975, lange Zeit bevor Beuko Borissow überhaupt irgendwie seine Parteikarriere angefangen hat. Und diese Autobahn wurde zu Ende gebaut in 40 Jahren. Und das größte Prestige Bauprojekt von diesem Mann waren die letzten 35 Kilometer dieser Autobahn. Das zu Ende zu bringen. Resultat ist, die Autobahn wird nur immer im Sommer benutzt. Das ist die sogenannte Sommer Autobahn Bulgarias, weil im Winter da einfach Schnee liegt. Und die andere Zeit wird die boykottiert. Sehr gut. So viel zu Boyko und Boyko boykottieren. Hast du eigentlich noch Wahlrecht dann auch, wenn in Bulgarien gewählt wird? Also kannst du in Düsseldorf irgendwo zum Konsulat gehen und mitwählen? Also ich wüsste mich entscheiden, ob ich in Deutschland oder in Bulgarien wähle. Also beides geht nicht. Und dadurch, dass ich seit 22 Jahren hier lebe, habe ich mich für mein deutsches Wahlrecht entschieden. Hier gibt es auch genug zu tun. Ja, finde ich auch. Und es gibt mehr Autobahnen, wobei wir, glaube ich, auch so eine Urlaubsautobahn nach Italien, sagen wir mal, achtspurig gut gebrauchen könnten. Die müsste allerdings durch Bayern führen und da muss ich mit dem Aiwanger reden. Aber du könntest den Boyko fragen, der hat das ja gebaut. Okay, also von Duisburg bis Düsseldorf ist kein Problem und danach müssen wir mal gucken. Ich würde mal gerne so ein bisschen, weil wir das Thema Autobahn hatten und weil du auch gesagt hast, du hast Affinität zu Frankreich, es war, glaube ich, Südfrankreich, aber gleichwohl vielleicht einfach mal so nochmal den Brückenschlag in die Medien. Da habe ich heute Morgen was gefunden beziehungsweise meine Frau hat es gefunden und mir geschickt und zwar in Paris gibt es eine Bürgermeisterin Hidalgo und die hat und das frage ich euch jetzt, ob das sozusagen populistisch ist oder ob das einfach clever ist. Die hat jetzt gesagt, sie sagt den SUVs den Kampf an und jetzt überlegt mal, wie sie das macht. Also die dürfen nach wie vor nach Paris reinfahren, aber wie will sie ihnen den Kampf ansagen und das ist normalerweise, Ben kam das heute über durch alle Nachrichten, insofern wir alle bescheid. Tatsächlich so ein Artikel, den glaube ich heute alle gelesen haben und ich habe mich bereits auch schon drüber aufgeregt, weil ich dachte mir, ja die scheiß SUV-Fahrer, aber ich glaube, das ist am Gewicht festgemacht und da sind wir bei 1,6 Tonnen da bin ich mit dem VW-Bus aber auch dabei, ja, 2 Tonnen bei E-Autos. Also habe ich nicht, der Benanza-Bus wiegt 3 Tonnen, kann ich ja hier so sagen und da müsste ich dann künftig in Paris für 6 Stunden parken 225 Euro bezahlen. Haltet ihr sowas für populistische Effekthascherei oder ist das einfach da anpacken, wo es wehtut, weil ich glaube, so ein Typ, der ein SUV fährt und damit in die Stadt, also vielen wird es dann wahrscheinlich egal sein, dann erst recht. Ich glaube, Ben, also erstens finde ich das richtig, ich würde sogar Paris von allen Autos befreien wollen und diese Bürgermeisterin macht das eigentlich seit Jahren richtig. Das Ding ist, dass Paris eigentlich der Gastgeber von den Olympischen Spielen diesen Sommer ist. Das heißt, diese Regelung kommt jetzt einfach dadurch, dass man diesen Grafik, den Paris erwartet und diese Menschenmenge, die sich da sammelt, wegen der Olympischen Spiele, irgendwie auch reduzieren möchte. Und ich glaube, es kommen noch mehr Regelungen in diesem Bereich. Also ich mal aus zu deiner Beruhigung, kann ich dir sagen, die ganzen Parkhäuser sind alle privat und da darfst du auch mit deinem schweren Benanza-Bus weiterhin zu den normalen Tarifen parken. Da geht es um den öffentlichen Parkraum. Das wäre dann nicht so gut, ich brauche zwei Meter. Also ich muss sagen, ich bin ja immer nur als Tourist in Paris gewesen und da sieht man die Welt ja ein bisschen anders, aber ich finde Autofahren in Paris eigentlich völlig überflüssig. Ich bin allerdings, wir sind nie mit Kinderwagen in der Metro gewesen. Wenn man das kennt, dieses Auf und Ab und Treppe hier und Treppe da, ist glaube ich auch scheiße. Aber jeder hat wahrscheinlich so seine Perspektive. der Beef setzt gerade an. Ja, nee, ich glaube also tatsächlich also in Paris gibt es schon, also ich, das mag auch bis zum Gewissen gerade, ein bisschen populistisch mag das durchaus sein, dass das auch so jetzt auf die SUVs irgendwie sich eingeschossen wird. Das gibt es hier ja auch gerne. Also die Argumentation ist ja, die nehmen mehr Platz weg und haben einen höheren Umweltverbrauch etc. Aber da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wie gesagt, das gilt für den gemeinen VW-Bus und sonst irgendwas, die bis jetzt noch nicht so in der Wahrnehmung im Fokus stehen, exakt genauso. Also wie gesagt, auch Bensan, der VW-Bus ist drei Tonnen schwer, wenn du als Einzelperson damit fährst, hast du mit Sicherheit einen ziemlich genauso schlechten ökologischen Fußabdruck, als wenn du mit dem SUV durch die Gegend fährst. Das macht keinen wirklichen Unterschied, jetzt mal rein nüchtern betrachtet. Paris hat schlicht und ergreifend seit Jahrzehnten ein was nur mühsam gelöst wird. Tatsächlich ist Frau Hidalgo jetzt schon eine, die relativ viel versucht anzupacken in dem Verkehrssektor. Da ging ja auch mit einher, dass vor, ich müsste jetzt lügen, ich sage mal vor einem Jahr, im Prinzip diese ganzen E-Roller verboten wurden, weil die überall kreuz und quer rum lagen. Also das war ja auch was, wo man eigentlich sagen kann, ist ja an sich eine Alternative zusätzliche Art der Fortbewegung, irgendwas zwischen zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Aber die Roller waren halt so überhand genommen, dass die überall kreuz und quer rum lagen und sich auch keiner an irgendwelche Abstellflächen gehalten hat oder das auch nicht durchzusetzen war. Und dass die da diese Dinger per se erst mal verboten haben. Da kann man jetzt wahrscheinlich juristisch fein drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt mit den SUVs tatsächlich eine Vorstufe, einer von vielen Schritten, um Autofahren sukzessive zumindest aus ein paar Kernbereichen zu drängen. Es gibt ja jetzt auch bei den SUVs, das soll, ich glaube, es ist eine von jetzt vielen folgenden Maßnahmen, so schätze ich es zumindest ein, es soll halt noch nicht so sehr wehtun, weil es ist ja erst mal nur für Externe. Das heißt, wenn ich da wohne und ein SUV habe, dann habe ich erst mal kein größeres Problem als vorher auch schon. ich glaube, aber es ist ein kleiner Schritt und vermutlich ist es auch so ein bisschen mal probieren, wie groß ist denn der Aufschrei? Und dann kann man sich eine relativ kleine Gruppe raussuchen, die ohnehin schon nicht den besten Leumund in der Welt hat, in Anführungsstrichen, und dann sind wir beim Thema Populismus, dann ist es nämlich unter diesem Aspekt eine populistische Maßnahme. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Ansinnen dahinter tatsächlich mal so ein, ja, sich ein bisschen weiter vorzuwagen und sukzessive eine rigidere Verkehrspolitik, die darauf hinausläuft, die Zurückdrängung des MIV, des motorisierten Individualverkehrs, aus der Stadt rauszubringen. Das ist, glaube ich, das mittelfristige Ziel, das wurde auch schon mehr oder weniger offen mal formuliert. Andere Städte machen das ja auch so, also Kopenhagen ist ein Beispiel, Wien ist ein Beispiel, die drängen alle massiv den MIV aus der Stadt, Barcelona ist auch ein Beispiel, die haben so Quartierslösungen quasi, wo einfach dann aber auch andere Angebote deutlich verbessert wurden. Also, um in deinem Fachtermini zu sprechen, MIV ist Pfui, ÖPNV ist Hui. Ne, so würde ich es nicht sagen, also ich sage mal, MIV kann ja auch ein elektrisches Moped sein, keine Ahnung, also das ist, es geht darum, einfach den Pkw zu versuchen, zumindest in den hochverdichteten Innenstadtbereichen, wo es ohnehin schon an Platz mangelt für alles und dann auch noch viel Platz von parkenden Autos, das ist ja auch so statistisch belegt, dass die meisten Autos 23 Stunden am Start stehen und nur eine Stunde bewegt werden und dass das halt quasi aus den Innenstädten rausgeht, das ist glaube ich, und die Innenstädte in sich wieder ein bisschen mehr Lebensqualität gewinnen und oder Aufenthaltsqualität in den Städten. Ich glaube, das ist hier so das größere Fernziel und das ist eine ganz kleine Maßnahme, ähnlich wie das Verdrängen oder das Verbieten der Elektroroller. Okay, dann korrigiere ich auf vierrädrigen MIV. Ja, MIV fängt ja für viele schon unter der Bettdecke an. Mir fällt noch eine kleine Anekdote zum Thema SUVs ein. Da siehst du direkt, wie er es verstanden hat. Mir fällt eine kleine Anekdote ein. Der SUV unter der Bettdecke. Die SUVs sind ja in Paris da auch rausgeschmissen worden, eben weil sie so groß sind und das ist ja auch immer ein Problem mit den kleinen Parktaschen, kennen wir hier auch. Da gab es eine Geschichte hier in Bonn mit dem Bonner Generalanzeiger. Da hat der Generalanzeiger einen Beitrag veröffentlicht. Da hat sich jemand beim Generalanzeiger beschwert, ein SUV-Fahrer, er hätte ein Ticket gekriegt, weil er angeblich eine Nachbar-Parktasche, nenne ich das jetzt mal, mit seinem SUV irgendwie so behindert hätte, eingeengt hätte, dass da das Parken nicht mehr möglich gewesen sei. Und insofern hat er ein Ticket gekriegt. Und dann hat er dem Generalanzeiger ein Foto geschickt und die haben und die haben das auch beöffentlicht, wo er genau in den Grenzen drin steht. Und dann war aber das Dumme, dass die kluge Mitarbeiterin oder der kluge Mitarbeiter von der Stadt Bonn, die das Ticket geschrieben hat, die haben ein Foto gemacht von dem Auto und haben sich dann beim Generalanzeiger beschwert. Der hat dann tatsächlich auch das veröffentlichen müssen letztendlich, denn tatsächlich war es so, dass der mit einem Reifen in der anderen Parktasche drin stand, also zu Recht das Ticket gekriegt hatte und den Wagen dann einfach nochmal umgeparkt hat, ein neues Foto gemacht hat, wo er sauber drin stand, seinen Body beim Generalanzeiger angerufen hat und sich beschwert hat. Ja, die sollten gefälligst größere Parktaschen für die SUVs machen und so weiter. Also es hat einen Riesenärger hier gegeben, weil der Generalanzeiger sich da auch hat instrumentalisieren lassen. Das war eine ziemlich krude Geschichte. Und sagen wir mal, nicht sauber recherchiert hat, also er hätte ja wenigstens mal die Gegenseite fragen können. Also so ist es. Sage ich jetzt mal so. Die Parktasche sollte gefragt werden. Genau. Genau. Ich wollte mal auch euch, eigentlich passt das so ein bisschen fast zu dem, was der Ben jetzt hier gerade spontan gebracht hat mit Paris. Ich wollte nämlich mal mit euch kurz andiskutieren. Wir haben jetzt Populismus vor einem Ding im Kontext mit irgendwie Berlusconi, Trump, diesem Bulgaren und der AfD erwähnt. Jetzt hat der Benz mal so ein bisschen in Richtung normale Politiker gebracht mit Paris. Und genau das wollte ich kurz mit euch andiskutieren. Inwiefern nämlich der Populismus mehr und mehr sozusagen in die Mitte der, also ich hätte es fast Gesellschaft gesagt, aber es geht ja eigentlich um die Politik, in die Mitte der Politik immer mehr oder in die normalen etablierten Parteien einsackt sozusagen. Und um das mit euch kurz zu diskutieren, möchte ich euch mal mehr oder weniger drei Fortmeldungen von Politikern zum Thema AKW-Restlaufzeiten und das Ausschalten der Atomkraftwerke kurz vorlesen und dann könnt ihr mir mal sagen, ob ihr das schon populistisch findet oder ob das noch irgendwie sozusagen der normale Infight ist, der in der Politik so stattfindet. Und danach sage ich euch dann die Meinung von einem Energieexperten dazu, nämlich vom Stefan Holz-Reu vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung. Der kommt dann nach euch zu Wort. So, also Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sagte der Bild-Zeitung, die Ampel hat mit dem Abschalten der nationalen Kernkraftwerke die Energiesouveränität Deutschlands ins Wanken gebracht. Statt ausreichend Strom in Deutschland zu produzieren, sind wir jetzt auf Atomstrom aus Frankreich angewiesen. So, das war das Erste. Ich sage aber die anderen direkt noch mit dazu. Dann hier unser schon erwähnter Hupsi, ich schaffe fünf Bauern-Demos an einem Tag Aiwanger. Wenn grüne Spitzenpolitiker jetzt davon sprechen, dass AKW Emsland sei für die Netzstabilität nicht erforderlich, dann ist ihnen offenbar egal, ob auch genug Strom für die Bevölkerung und die Wirtschaft vorhanden ist. Und gerade die Wirtschaft braucht ausreichend bezahlbaren Strom rund um die Uhr. Mit dem Berliner Minimalziel keinen Blackout zu haben, bin ich nicht zufrieden. Und jetzt, was die Ampel Energie und damit wirtschaftspolitisch will, ist offenbar eine DDR 2.0. Und zum Schluss noch ein ganz kurzes Zitat von Herrn Söder, der nicht fehlen darf bei dieser Diskussion. Die Grünen sind das Blackout-Risiko Nummer eins. So, und jetzt seid ihr aufgefordert, euch mal das dazu zu äußern und das mal populistisch oder populismusrelevant oder irrelevant einzuordnen. Ich würde sagen, Söder ist der einzige populist. Alles andere ist viel zu kompliziert. Diese ganzen fünfzeiligen Zitate. Ich glaube, Markus Söder hat ein Talent für kurze und präzise Aussagen. Okay, sonst noch wer? Also ich würde mich dem anschließen, wenn man jetzt so das auf die Eingangsdefinition zurückführt. Ich würde aber auch sagen, wenn man sich das politische Geschäft so anguckt, dann ist das immer schon so gewesen. Also ich glaube auch, dass diese komplizierten Zitate auch schlicht nicht die Mehrheiten schaffen und du musst es irgendwo runterbrechen für deine WählerInnen, dass die halt auch die Botschaft verstehen und wissen, wofür du stehst. Wobei das ja auch vielen Politikern gut gelingt, immer zu verschleiern, wofür sie eigentlich stehen. Also das finde ich auch ist eine andere Seite der Medaille. Ich hätte jetzt natürlich auch vom Aiwanger ausschließlich den Satz vorlesen können, was die Ampelenergie und damit wirtschaftspolitisch will, ist offenbar eine DDR 2.0. Ja, das war der Kernsatz, aber die Grünen sind das Blackout Risiko, das ist ja schon ein geiler Satz. Also ich meine nicht, dass ich ihm zustimme, aber das ist gekonnt. Tja. Tatsächlich sind die Zitate alle Quatsch, aber das bringt es halt so auf den Punkt, ohne eine Anschlussdiskussion zu ermöglichen. Ja, genau, Beef, ja. Ich fand noch ganz spannend, der Stefan Müller, das ist der Erste, den du zitiert hast, das war irgendeine CSU-Landesgruppe oder was war das für ein Spacko? Moment, CSU-Landesgruppe im Bundestag, Geschäftsführer. Aber das ist jetzt schon so, das ist so quasi ein Hinterbänkler der Lüx, oder ist das jetzt schon ein ernsthafter Politiker? Ich glaube, das ist schon ein ernsthafter, also Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag hört sich an. Also jetzt vielleicht nicht erste Reihe, aber zweite. Naja, das ist erste Reihe, Geschäftsführung ist immer erste Reihe. Was ich bei dem ganz spannend fand, dass der noch, also den hätte ich jetzt fast schon die Aussage als rechtspopulistisch definiert, weil er hat ganz explizit gesagt, die nationale Sicherheit soll gefährdet werden und wir sind dann abhängig von Atomstrom aus Frankreich. Also der spielt diese Nationalität aus und betont gerade aus Frankreich, der stinkt nach Käse dieser Atomstrom. Ganz ehrlich, wir beziehen ja ohne Strom aus Frankreich, ist ja nichts Neues. Ja, es ist im Prinzip schon fast gelogen. Diese Betonung auf diese Gelogen ist es sowieso, es ist zumindest verbogen. Wir waren ja noch nie energiesouverän. Er behauptet, wir hätten unsere Souveränität verloren. Die russische Souveränität haben wir verloren. Genau, wir haben russisches Gas verstromt, wir haben schon immer auch Kohle verstromt, ja gut, Kohle kann man sagen, haben wir selber gehabt. Es ist auch ganz kurz, die Kohle der letzten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich mittlerweile kommt ja eher so aus weit weg. Es gibt ja auch eine europäische Strombörse, du holst ja den Strom ohnehin auch viel aus dem Ausland. Und das wollte ich gerade sagen, das ist auch wirtschaftlich durchaus intelligent. Das ist nämlich ein dauerhafter Handel und ich kaufe ihn dort, wo er gerade günstig ist und ich kaufe ihn nicht irgendwo. Das macht schon Sinn bis zum gewissen Grade. Da kann man natürlich bestimmte Länder und Nationen ausschließen, alles fein. Aber das fand ich ganz spannend und bei dem Aiwanger, ja, das finde ich jetzt schon auch, ist natürlich, der verkürzt das auf einen Satz, der will da auch, also die CSU und CDU, bei der Merz hat sie auch gesagt, versuchen halt die Grünen so als das Feindbild per se aufzubauen. Und das ist auch Aussage von Merz und wir sind Aiwanger und Merz in einen Topf werfen, aber in dem Zusammenhang denken sie, glaube ich, in die gleiche Richtung, dass da einfach in Anstrichen ein Feindbild konstruiert wird. Und insofern würde ich das, zumindest was dieses Wir gegen die und dass man da so einen klaren, einfachen Bösewicht hat, würde ich das schon auch als ziemlich populistisch definieren und Söder stimme ich euch auch zu. Also genau genommen sind die alle mehr oder weniger populistisch. Auch wenn der eine vielleicht ein paar Silben mehr drin hat. Der Aiwanger hat es ja dann noch gemerkt, dass er zu kompliziert redet und den zweiten Satz noch hinterher gekippt. DDR 2.0, wobei das ist ja so sinnentleert, das ist faszinierend. Also das ist ja eine völlige Nullaussage. Was definiert denn die DDR 2.0? Was ist denn die DDR 1.0? Was Energiepolitik angeht. Es ist Russia, Russia. Ja. Dann will er den Strom aus, wenn ich den Strom aus Frankreich hole, konstruiere ich eine DDR 2.0? Das hat er nicht, in der Geschichtsunterricht hat er nicht ausgefasst. Das ist eine steile These, muss ich gestehen. Ja, ja, es ist unfassbar. Ja, ja, und das fällt halt bei solchen Zitaten häufig auf, dass sie, wenn man sie sich genau anguckt, absolut sinnentleert sind. Und ich habe euch versprochen, dieser Energieexperte Stefan Holzhoy von der Uni Bayreuth, den kotzt das halt auch ziemlich an. Und er hat eigentlich hier in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ganz, ganz gut relativ zackig auch gesagt, wie schwachsinnig das ist. Es ging ja damals um diese drei Atomkraftwerke, diese Restlaufzeit, um die ging es. Und da wurde so getan, als ob sozusagen das Überleben, das energiepolitische Überleben Deutschlands an diesen drei Atomkraftwerken hängt. Und jetzt haben die den gefragt, wie viel ist das denn? Und dann hat er gesagt, ja, das ist gar nicht die Welt, das sind gerade mal zwei, vielleicht zweieinhalb Gigawatt an Leistung und das ist tatsächlich nicht viel, also wenn man das mal in Relation setzt, zweieinhalb Gigawatt, das ist ungefähr so viel, wie der Marty McFly brauchte, um einmal mit dem DeLorean zurück in die Zukunft zu kommen. Der Ben hat da auch ein Audio zu. Das war jetzt natürlich sehr populistisch von mir, da dieses Zeitreisebeispiel zu bringen, aber der sagte, das ist überhaupt nie das Problem gewesen, diese zwei, zweieinhalb Gigawatt dieser drei, zwei, drei Atomkraftwerke zu kompensieren. Das sei überhaupt kein Problem gewesen, das hinzubekommen mit den Ressourcen, die wir hier in Deutschland haben. Das Problem sei ein ganz anderes gewesen, was wir jetzt auch hier Bifatz erklärt mit der Strombörse, was von wo ganz anders herkommt, das Problem, nämlich, dass damals im Sommer 23, da waren ja die französischen Atomkraftwerke plötzlich alle vom Netz wegen der Trockenheit, weil die nicht mehr ordentlich gekühlt werden konnten. Und da war dann die Sorge, dass wenn die nicht wieder ans Netz gehen, dann kaufen die Franzosen bei uns so viel Strom ein, gegebenenfalls, dass wir dadurch in eine Knappheit kommen, wo bei uns da dann auch die zwei, zweieinhalb Gigawatt von den Atomeilern gegebenenfalls auch nicht beholfen hätten. Also der ist jedenfalls ziemlich gefrustet darüber, der Herr Holzheu und sagt, er ärgert sich über Politiker, die das behaupten, dass da quasi großflächige Blackouts drohen und er sagt, und das finde ich jetzt nochmal einen zentralen Punkt, wo ich auch nochmal eure Meinung zu haben möchte, er sagt, das ist unverantwortlich vor allem für demokratische Politiker, die damit ja nur Stimmen einsammeln wollen. Also er sagt damit so ein Stück weit, da wird bewusst Blödsinn erzählt, rein um der Macht willen, also nur als rein machtpolitisches Instrument. Und da wollte ich mal von euch wissen, wie unverantwortlich findet ihr das? Also ich will sozusagen mal auf die Auswirkungsseite gerade gehen. Ich will dir etwas sagen über die Auswirkung, aber beende noch den Satz. Ja, ich beende den Satz. Ich sage nur kurz meine These, ich habe das Gefühl, dass die Stimmung im Land meilenweit entfernt ist von dem tatsächlichen Zustand dieses Landes. So, und jetzt du, Polo. Ich möchte dazu tatsächlich so ein kleines lebensnahes Praxisbeispiel aus unserer Nachbarn-WhatsApp-Gruppe bringen, die das eigentlich ganz gut verdeutlicht, was das Problem ist, nämlich, dass diese Sachen unterbewusst vielleicht auch bewusst verfangen. Ja, wir hatten zum Beispiel jetzt, kürzlich war irgendwie der Strom weg, ja, es wusste keiner warum, es war aber eine ganze Weile inzwischen und der Erste schrieb dann, jetzt brauchen wir noch Windräder und Solar irgendwie, dann hieß es ja hier Feuerwehrautos und dann kommt der Gleiche nochmal mit, jetzt nochmal die Grünen wählen, ja, und der ist dann zum Glück eingesackt worden von einem Nachbarn, der sich politische Sachen in der Gruppe verbittet. Die Grünen waren tatsächlich nur so ganz ein klein bisschen schuld, es war einfach in der Nähe so ein Transformator abgebrannt, die Stadt hat den Strom abgestellt, damit er gelöscht werden konnte, ja, aber, ja, also so eine banale Technikgeschichte war auch dann nach zwei Stunden wieder okay, aber so dieser, das ist dann auch der Populismus des kleinen Mannes, ja, weil erstmal gegen die Grünen wettern, ohne dass man weiß, was jetzt überhaupt Sache ist, ja, weil Strom schlecht, grün wird halt assoziiert, weil irgendein Horst das vorgekaut hat. So. Genau, haben die anderen noch eine Meinung hierzu, welche Auswirkungen hat das, wie schlimm oder nicht schlimm ist dieser aufkommende Populismus, der sich ja irgendwie doch sehr ausbreitet? Ich finde, dass, also eigentlich, wenn man sich so überlegt, gut, vielleicht ist die Brille durch die Politiksee dadurch geprägt, dass ich langzeit in der Politik gearbeitet habe und auch noch aus einem Land komme, wo Politik nichts Gutes gemacht hat, seit Jahrzehnten sozusagen. wenn man sich fragt, was ist denn jetzt eigentlich das, was Politik macht oder wofür macht man Politik? Dann gibt es eine einfache Antwort, um Stimmen zusammen. Also, das ist, das klingt jetzt politikverdrossen, aber es ist meine Meinung. Nebenbei regiert man, weil man in dieser Verantwortung gewählt worden ist, aber alle Oppositionsparteien, die nicht in der Regierungsverantwortung sind, die sind auf Stimmenfang und da ist so eine Aussage ein ganz normaler Teil des politischen Prozesses, weil damit profilierst du dich einfach und hebst dich ab von allen anderen Oppositionsparteien, die was anderes sagen. Okay, sonst noch eine Meinung? Aber vielleicht ist das eine sehr populistische Meinung, weil die ziemlich einfach klingt. Ich habe da so ein bisschen ein Problem mit, weil ich denke, also man leistet, also dass man natürlich im Prinzip Dinge aus seiner Sicht oder von seiner Haltung positiv darstellt, geschenkt. Das macht jeder, das mache ich auch, wenn ich von irgendwelchen Dingen erzähle und dann ist es immer ein bisschen geschönt und fein. Wir sind hier halt und das ist so eine Entwicklung, die ist mir in den letzten Jahren bewusster geworden oder mehr aufgefallen, dass viel dreister gelogen wird und völliger Unsinn erzählt wird. Also überhaupt nicht mehr faktenbasiert. Und das finde ich so ein bisschen, da finde ich, irgendwann sind dann Grenzen überschritten, dass man sich im Prinzip Fakten mal interpretieren kann in die eine oder andere Weise oder Ergebnisse von irgendwelchen Zahlen, das ist nichts Neues und das ist auch in Ordnung. Aber wenn hemmungslos gelogen wird oder Stuss erzielt wird oder ganz bewusst auch völlige Nebelkerzen geworfen werden, nur um ein paar Stimmen zu fangen, dann braucht man sich tatsächlich nicht zu wundern, wenn das dann Politikverdrossenheit erzeugt oder verstärkt. Das heißt dann, das ist so einer der Effekte, dass dann da, wie gesagt, man glaube ich, schlecht beraten ist, zu stark in diese Richtung zu gehen. Weil irgendwann kommen wir dann an den Punkt, und das ist dann möglicherweise das, was in den USA, ich bin jetzt kein, wie gesagt, da mögen mir Politikwissenschaftler, die das lang und breit in den USA auch schon erforschen und immer wieder überprüfen, aber das scheint mir in den USA einfach noch mehr diese Zuspitzung, diese, es gibt nur zwei Parteien und wer nicht für mich ist, ist es gegen mich, das ist quasi, wer gegen mich ist, ist böse oder ist einfach, dass dieses immer mehr so um sich greift und immer mehr diese Lager, dieses Spalten, also nicht dieses zusammen sich irgendwie versuchen zusammen zu raufen und miteinander zu diskutieren und von mir aus einen Kompromiss zu finden, sondern einfach nur Spalten abzutrennen, ihr seid anders und das finde ich tatsächlich einen sehr schwierigen Prozess und das sind so dem leisten solche Dinge Vorschub und da weiß ich auch nicht und da bin ich auch bei dir, wenn da in deiner Nachbarschaftsgruppe dann irgendein Honk halt irgendeinen Unsinn erzählt, der wie gesagt völlig jenseits von ein paar Fakten ist, aber Hauptsache das wird mal rausgehauen, weil es letzten Endes eine Meinung ist, die ja vielleicht diffus hat, das ist halt tatsächlich was anderes, und das ist sehr, sehr schwierig und da finde ich, wird im Moment an ganz vielen Stellen, spielen auch die Medien eine Rolle, völlig unzweifelhaft, wird im Moment sehr viel, ja sehr, ja, wie soll ich das formulieren, also sehr viel Mist gemacht, der fatale Folgen haben kann und der solche negativen Auswüchse und dieses Spalterische und dieses Trennende und dieses Ablehnen von Anderssein und so weiter in allen Gesellschaften, auf allen gesellschaftlichen Ebenen und auch in der Politik irgendwie forciert und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich dann denke, wer ist von der Partei und schon hat er eine komplette Schublade weg, also da gibt es ja auch, also nicht jeder in einer Partei steht ja für exakt die gleiche Meinung oder Aussage und früher hatte man in den großen Volksparteien, die es jetzt so nicht mehr gibt, auch ja einen linken Flügel, moderaten Flügel, rechten Flügel, was auch immer, keine Ahnung und das ist, im Moment ist das alles so grässlich, weil es sich alles immer unterteilt und sofort absondert. Das finde ich ganz schwierigen Prozess, im kleinen wie im großen, also das gibt es auf allen Ebenen. Ja, also Populist wirst du nicht mehr mit deinen Sätzen. Ich wollte auch gerade sagen, du machst hier den Sammer, halt mal die Uhr hoch. Höchstens noch, du musst tatsächlich direkt als Diktator einsteigen, also so eine Franco-Rede kannst du damit jederzeit bewertet werden. Ich würde nämlich gerne den Ball mal zu Totti spielen, die hat uns hier drei Populisten versprochen und wir haben bisher nur den Beuko und den Silvio gehabt. Ben, ich wollte das gerade noch ganz mit einem Satz abholen. Hast du das jetzt nicht in extenso ausgereizt? Das hast du immer noch nicht genug. Meine Güte. Ich habe doch gar nicht viel geredet, das war der Beef. Mein Gott. Silence! Ich will nur ganz kurz. Das ist doch jetzt ein Abgrenz so eine populistische. Redezeit ist doch nur ein subjektives Empfinden. Ja, außerdem habe ich doch am Redezeit Zertifikatehandel von Ben heute einfach in seiner Redezeit gekauft. Ja, ich merke das schon. Aber wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, nur dass ihr es wisst. Ja, ich will es ja nur kurz abrunden. Ich bin der Meinung wie der Beef, ja, wenig überraschend. Ich finde es halt, dass es auch völlig in eine falsche Richtung läuft. Ich möchte nur mal sozusagen abschließend zum Nachdenken dazu geben, meine These war ja, dass sozusagen die Politik und das, was auch aus den Medien kommt, hat der Beef auch recht, in keinem Verhältnis oder in keiner Relation steht zu dem Zustand, den das Land tatsächlich hat. Und da möchte ich nur mal kurz darauf hinweisen, es gibt eine Umfrage, die in Sachsen gemacht wurde, Sachsen Monitor heißt das, und da wurde gerade veröffentlicht, die Ergebnisse machen die jedes Jahr. Und da ist ein eklatantes Auseinanderfallen von der Wahrnehmung der eigenen, persönlichen Situation und der Gesamtsituation des Landes festgestellt worden. Wenn man sich das mal reinzieht, 72 Prozent, das finde ich ein enorm hoher Wert, 72 Prozent der Sachsen bewerten ihre eigene wirtschaftliche Situation als eher gut oder sogar sehr gut. Aber bei der Situation der wirtschaftlichen Gesamtlage, da ist das nur bei 53 Prozent. Und das Ganze gilt jetzt auch nicht nur fürs Wirtschaftliche, sondern das kann man auch mit ähnlichen Werten für eine andere Frage so darstellen. Also sprich, obwohl es den Leuten scheiße gut geht, ganz, ganz überwiegend, über zwei Drittel, sind sie der Meinung, dass eigentlich alles irgendwie ziemlich scheiße läuft. Außer eben ihr persönlicher Bereich. Also dieses Auseinanderdriften, das hängt meines Erachtens mit dem Populismus zusammen und auch mit der täglichen Apokalypse, die wir in den Medien lesen. Also das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Schön, dass du doch mal das Wort Medien gedroppt hast. Das war jetzt die Rettung. Danke. Sehr gut. Ich wollte mal zum Protokoll geben, dass ich jetzt hier tatsächlich ein Dreiviertel Liter Bier schon versoffen habe. Das ist echt lecker. Das Problem ist, ich wusste, dass das so weit kommen würde. Ich habe dieses schöne Bier gekauft im Urlaub in Frankreich und dachte mir, was ist denn, wenn mir das schmeckt, dann kann ich ja gar keinen Nachschub mehr organisieren. Und jetzt sitze ich hier. Ja, dann müssen wir mal hier für die Hörerinnen und Hörer die Marken sagen, weil wir machen ja immer so ein eingeklinktes Biertasting. Bei mir, wie gesagt, Rasserie du Mont Blanc. Das ist ja so ein IPA. Und ihr habt das letztes Mal, wie gesagt, verschmäht, weil es 30 Prozent runtergesetzt war im Supermarkt. Es ist aber wirklich sehr lecker. Tja. 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 Und Beef, du hattest auch so eine schöne Dose gerade, die ja eigentlich Ja, der hatte hier die Back to the Future Jubiläumsdose. Meins heißt, ne, meins heißt Waldi Back to McFly. Das ist ein New England IPA und das kommt von der Mainzer Kleinbrauerei. Das ist in Mainz gebraut und wie gesagt, hat als Cover Waldi, also das ist quasi, der hat die Martin McFly Rote Weste an und daneben steht dann der Professor in seinem weißen Strahlenanzug und genau, ist aber ein IPA und es ist sehr lecker, sehr, sehr süffig quasi und genau. Und ich glaube, Totti hat ja irgendwie gesagt, sie trinkt Kaipi oder irgendwas. Pastis. Pastis. Franzosen Kaipi. Franzosen Kaipi. Marseille Kaipi. Pastis wird ja in Marseille produziert. Sehr gut. Ist das so ein regional geschütztes Produkt? Nein, oder? Es kommt von der Marke Ricard. Genau. Das ist sozusagen das Markenprodukt? Von Marseille tatsächlich. Es gibt ja auch ein Pastis-Museum in Marseille. Oh, genau. Familie Ricard stammt da aus der Ecke. Die haben da unten auch Inseln und alles. Also das ist schon eher auch, wie soll ich sagen, SUV-Fahrer. Viehtrinker, würde ich sagen. Okay, ist denn Herr Monsieur Ricard jetzt der dritte Populist oder gibt es da noch jemand anderes? Nein, ich habe ja ein Buchcover mitgebracht, weil ich dachte, wir sprechen ja über Medien und wir sprechen ja nicht nur über Zeitungen oder Podcasts oder Internet, aber manchmal auch über Kinderbücher. und ich habe ein Buch mitgebracht aus meiner Kindheit, den Cover zeige ich euch jetzt und dann erzähle ich, worum es geht. Kleiner Maulwurf schlägt die Revolution wieder. Ja, so ähnlich. Du kennst mich. Die kleine Revolutionärin. So. Zwiebelchen. Okay, super. Und der Autor? Gianni Rodari. Also, Name klingt wie? Italienisch. Okay, perfekt. Was seht ihr so auf dem Buchcover? Ein Obstkorb. Ein Obstkorb. Die böse rote Tomate, die guckt so ein bisschen mürrisch. Die Birne guckt freundlich. Obst und Gemüse vermenschlicht auf jeden Fall, also immer als Menschen dargestellt in allen Variationen mit dem rotomatigen Kopf der Anzugträger, der so ein bisschen gestresst ist, glaube ich, und eher zu der hohen Blutdruckfraktion gehört und der pfeiferauchende Lehrer im Hintergrund, das ist eine Möhre, glaube ich, mit so einer Kappe auf. Und da ist ein Radieschen, das ist das Einzige, nicht im Korb, das Radieschen versucht in den Korb reinzukommen, hinter ihm ist eine Maus und da im Schatten von dem Korb ist noch ein Maulwurf. Der auch noch eine Sonnenbrille auf hat oder eine Blindenbrille, das kann man jetzt aussuchen. Und Radieschen ist jetzt auch zugleich Zwiebelchen? Ein Zwiebelchen, das ist das Zwiebelchen. Zipolino auf Italienisch. Okay. So. Dieses Buch ist heutzutage im DDR-Museum zu finden, in Berlin. Ich besitze es aber auch. Und das war eine wohlhabende Frau. Eigentlich hatte ich viel Geld dafür bezahlt, auf die Beine. Ist antiquarisch, das Buch, muss man dazu sagen. Dieses Buch habe ich damals in meiner Kindheit wirklich fast jeden Tag gelesen, auch bulgarisch. Und mir ist aber noch nie bewusst geworden, wie diese Geschichte eigentlich geht. Und erst, als ich nach Deutschland irgendwann gekommen bin und habe mir gedacht, ich will mal dieses Buch auf Deutsch lernen, ist mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Die Geschichte geht so, Zwiebelchen ist nämlich jemand, also es ist, ihr habt recht, wir sind im Gemüseland, ja. Und das spielt in einer Stadt, in der sinnlose Regeln die Bevölkerung unterdrücken. und Zwiebelchen rebelliert gegen die Führung dieser Stadt und gegen die Ungerechtigkeiten, die von Prinzen Zitrone und der lokalen Aristokratie angetan werden. Zwiebelchen stammt aus einer armen Zwiebelfamilie und während einer Parade hat sein Vater aus Zufall irgendwie gegen den Fuß von dem Prinzen Zitrone irgendwie getreten und dann seitdem ist der im Gefängnis. Und Zwiebelchen versucht ihn zu befreien und kämpft auch noch gegen Don Tomate, das ist ja der örtliche Großtumbesitzer, der im Prinzip auch noch sein Haus irgendwie wegnehmen möchte, nachdem sein Vater im Gefängnis ist. So, wie klingt das für euch? Also bis hierhin ganz normaler Vorgang im Kommunismus, würde ich sagen. Ja, das ist eine reine kommunistische Propaganda und das ist mir als Kind ja überhaupt nicht so vorgekommen. Und Hauptsache, also Tatsache ist, dass zwischen Bulgarien, kommunistisches Regime Bulgariens und kommunistisches Regime Italiens eine große Freundschaft gewesen ist und wird tatsächlich auch sehr viele Bücher und sehr viel Musik aus Italien hatten, als ich klein war. Und dieses Buch und sehr viele andere von Gianni Rodari waren so in meiner Kinderbibliothek. Und erst später, als ich das eben auf Deutsch gelesen habe, mit, ich glaube, 21, ist mir bewusst geworden, was das für ein Buch ist. Aber das hat offensichtlich auch mein Denken geprägt. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ja, Propaganda funktioniert auch, wie wir wissen, oder Populismus funktioniert auch durch Kinderbücher. Es funktioniert aber auch ganz direkt, wenn man sich dafür interessiert. Ich habe das vor der Sendung gegoogelt, aber nicht mehr komplett durchlesen können, auch weil ich mir die Bücher gar nicht bestellt habe. Das ist das kleine Disclaimer. Aber es gibt tatsächlich zwei Literaturtipps, die ich jetzt mal ungefiltert weitergeben würde, weil mir die Titel der Bücher einfach gut gefallen. Einmal das Buch Populismus für Anfänger, eine Anleitung zur Volksverführung, kann man hier bestellen, von Walter Oetsch und Nina Hodacek. Und ja, das empfehle ich ungelesen, einfach nur wegen des schönen Titels. Und dann habe ich mir hier irgendwo auch noch ein anderes Buch hingelegt, nämlich aus dem Karl-Auer-Verlag die Anleitung zum Populismus oder ergreifen sie die Macht. Also wenn wir hier nach der Sendung nochmal umsatteln wollen, das wurde auch sehr empfohlen von den Rezensenten und hat den schönen Untertitel Populismus ist keine Rocket Science, also auch schon ein populistischer Slogan, würde ich jetzt einfach mal vielleicht im Nachgang irgendwann lesen und dann nochmal berichten, aber für heute schon mal nennen. Hat mir gut gefallen. Ich finde ja so ein bisschen an den Untertext noch, schonungslose Analyse aktueller Strategien der Machtergreifung. Ja, das ist ja hier bei dem Buch auch so, Anleitung zur Volksverführung, also man will wohl immer auch mit dem Populismus einen Effekt oder irgendwie eine Macht erzielen, Machtzuwachs erzielen. Ganz interessant. Ja. So. Ich habe noch ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, ich will es gar nicht, der Artikel ist relativ lange, ist aus der Süddeutschen, tut mir leid, aber Warte mal, Warte mal, wo ist der her? Aus der Süddeutschen? Aus der Süddeutschen? Ja. This is Big Brain Time. Sehr schön. Es geht um Pop, Verknüpfung von Pop und Populismus und Artikel hat einen ganz schönen Begriff, also atemlos durch die Nacht. Es geht letzten Endes darum, dass sie sich fragen, ob Popkultur wird hier wahrgenommen, dass sie also wie lange nicht mehr auf dem Schlachtfeld politischer Extremposition ist oder sei und wirft dann die Frage auf, sie haben eine ganz schöne Einleitung, also ich lese die mal wirklich in aller Kürze nur vor, also es geht, ist aus dem Festival Sommer 23, der Ort, ein Biergarten in Berlin-Schöneberg, voll besetzt, Vorhabenstimmung, an einem Tisch, zwei Männer, Mitte 50, offenbar alte Freunde, ihre Unterhaltung ist nicht zu überhören, der eine ist aus Franken angereist, um mit dem anderen zum Olympiastadionkonzert der Band Die Peschmode zu gehen. Sie reden über die Kapriolen, des Sängers, bla 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 und reden wie typische etwas zu jung gebliebene Pop-Boomer, bis das Gespräch kippt. Plötzlich sagt nämlich so sinngemäß einer, man dürfe seine Meinung heute ja nirgends mehr laut sagen, sagt der Berliner, sehr laut. Dann geht es Schlag auf Schlag. Corona-Diktatur, russisches Gas, Sozialleistungen an Geflüchtete, die Grünen, das Gendern. Noch bevor das nächste Bier da ist, meint der Berliner, dass außer der AfD heute keine Partei mehr wählbar sei. Und da fragen die sich jetzt halt, intuitiv erscheint das ja eigentlich als Widerspruch, also eine Geisteshaltung, die sich mit diesem ganzen völkischen und diesen ganzen anderen vierlefantster rückwärts gewandten Idealen, rechtspopulistische Politik, wie das hier benannt wird, identifiziert und auf der anderen Seite tatsächlich ein, Sie beschreiben das hier so ein bisschen vielleicht auch übertrieben grenzensprengendes, viel perspektivisch im Kern, freiheitlich und emanzipatorisch gesinntes wie Popkultur. Und da fragen sie sich, wie das zusammengeht. Und das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil das, also gerade so Popkultur im weitesten Sinne, haben ja am Anfang auch alle, oder von uns wissen wir es, und auch bei dir Toti, hast du ja auch gesagt, du hast auch Musik und dies und jenes und alles, also Kultur im weitesten Sinne wird ja wahrgenommen und aufgenommen und das ist dann schon spannend, warum dann die Peschmode, die jetzt ja irgendwie auch nicht im Verdacht stehen, da irgendwie rechts, eine rechts unterstützende Partei zu sein oder sonst irgendwas, und in letzter Zeit haben sich ja auch, und das treibt ja dann auch solche Blüten, dass jetzt ja unter anderem also auch Helene Fischer und Florian Silberheisen, Udo Lindenberg werden hier zitiert, sich ja kürzlich erst ganz deutlich positioniert haben, auch gegenüber über ihren bisherigen Gewohnheiten, weil gerade so diese ganz erfolgreichen Stadionmusiker haben sich tatsächlich in letzten Jahren wenig politisch geäußert, um sich einfach auch, glaube ich, nicht anzuecken und wie sie es hier schreiben, also rein statistisch, wenn jemand Konzert vor 80.000 Leuten gibt, sind da statistisch auch ein paar AfD-Wähler drin. Also darf ich mal ganz kurz einhaken, was ich, also du hast natürlich jetzt nur die Einleitung gelesen, aber nur, weil so zwei Typen im Biergarten zum Depeche Mode Konzert gehen und danach irgendwie AfD-Propaganda von sich geben oder einer, sehe ich noch nicht den zwingenden Zusammenhang zu meiner Lieblingsband Depeche Mode. Depeche Mode war ein Zufall. Die hören wahrscheinlich auch seitdem nichts anderes, weil dieses neumodische Zeugs, also alles ab 91, ja scheiße ist. Die Idee ist, die Frage, und die finde ich schon spannend dahinter, ist, wie passt das zusammen, weil Depeche Mode und so. Ja gar nicht, weil es Zufall ist. Ja, weiß ich nicht, also, es gibt ja schon relativ viele erfolgreiche, also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist ja aktuell auch so, ich meine, das sind ja so die amerikanischen Irrungen und Wirrungen, dass jetzt die republikanische Partei ja in Taylor Swift quasi vermutet oder kolportiert, sie sei eine CIA-Agentin, weil sie offensichtlich tendenziell eher zu Demokraten und zu Joe Biden als Unterstützerin gerechnet wird und natürlich mit ihrer Social-Media-Power mit 350 Millionen Followern natürlich eine gewisse mediale Macht darstellt, wenn sie sagen, das finde ich schon irre irgendwie, dass da solche Verknüpfungen und solche Zusammenhänge gezogen werden. Ja, Amis, aber bei denen sind jetzt mittlerweile auch Leute irgendwie verunsichert, weil sie merken, dass sie bei American Idiot mitgemeint waren von Green Day. Meinst du, hat endlich mal einer den Text zu Ende gelesen oder mal richtig verstanden? Gut war es nicht. Sehr geil, ja, das kann natürlich sein. Also wie die Verbindungen da jetzt bei Deeper'schen Boot sind, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, weil du Udo Lindenberg genannt hast. Auch ein guter Freund von dir. Auch ein guter Freund von mir. Der Typ muss sich überhaupt nicht explizit äußern zu diesem Thema, weil er das quasi automatisch durch seinen Job Jahr für Jahr macht. Der hat so viele explizit gegen Rechtsradikalismus und so weiter Songs, die er rauf und runter spielt auf seinen Konzerten. Da braucht er überhaupt gar keine Statements abgeben. Die sind auf seinen Platten und auf seinen Konzerten immer mit dabei. Jep. Ich habe auch immer, also ich bin verrennt, ich habe es wahrscheinlich schlecht ausgedrückt. Es geht hier gar nicht um Diepe Schmode, das war nur ein Beispiel. Jetzt lass doch mal Diepe Schmode in Ruhe, verdammt nochmal. Aber ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so greifen. Also das ist tatsächlich... Ich auch nicht, das ist ja das Problem. Ich gebe auf. Also ich würde dir gerne bei einer Sache, vielleicht war das auch so im Subtext ein bisschen drin, dass sich Typen da hinsetzen und sagen, man darf ja heute nichts mehr laut sagen und zwar laut im Biergarten. Das hat mir gefallen, weil das ist nämlich auch, du hast heutzutage über Social Media so viele Möglichkeiten, dir Gehör zu verschaffen und viele verschaffen sich ja auch sehr erfolgreich Gehör und beklagen sich dann aber darüber, dass sozusagen alles zensiert wird. Also ich glaube, es war noch nie so unzensiert. Also vielleicht sind irgendwo Zensuren in den Staatsmedien hier und da mal irgendwie vorgekommen. Will ich gar nicht ausschließen, aber es gibt ja total viele Alternativen, viel mehr Alternativen als früher, um seine Meinung doch an die Personen, die man halt erreichen will, zu bringen. Das ist der Kern des Artikels geht in eine andere Richtung, aber ich stimme dir völlig zu. Das ist ja letzten Endes auch so ein Thema, dass ja wir ja hier in einer wirklichen Freiheit leben, wirklich viele Dinge sagen zu können, die man nicht sagen kann. Und Totti, du hast es ja anders erlebt. Nein, ich war ein Kind der Demokratie. Ja. Das hast du vergessen. Machst du nicht das Zwiebelchen? Die sind ein bisschen jünger als wir. Und das ist ja dann immer auch so ein bisschen, ja, also ich glaube, es gibt ja durchaus auch aktuell Länder, wo es deutlich weniger Freiheit gibt für die jenigen und da darf man wirklich nicht alles sagen, sondern ist dann direkt fällig. Und das ist, das ist halt hier so putzig, dass dieser Widerspruch in diesem einen Satz, man sich selbst schon widerspricht. Das ist ja, klar, das ist erst mal grundhirnverbrannt. Aber wie gesagt, also das finde ich so ein bisschen, bei der Popkultur habe ich schon auch meine Schwierigkeiten damit, dass es da tatsächlich auch solche Bereiche gibt. Das finde ich tatsächlich ein Widerspruch, wo man denkt, naja, das ist ja eigentlich eher so ein sehr offener Bereich und auch viel Internationalität, also da bringt es ja gar nichts, sich national abzuschauen. Wollte ich an der Stelle mal den Prollo fragen, Radio brennt von den Ärzten, ist das ein populistischer Slogan gegen die Massenmedien? Nein, 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 das ist völlig falsch verstanden. Er tritt das Radio ja ein, weil es in seinem sozialen Kontext einfach die Stimmung killt. Da laufen nämlich nur diese ganzen Schlagertypen. Das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Ja, das ist schön, dass wir gegen Ende, sage ich mal ganz Arschloch hingegen von den Ärzten. Das heißt ja nicht Arschloch, das Lied. Richtig, das heißt ja nicht Arschloch, aber es ist mit gemeint. Ja. Okay, bevor ich jetzt nochmal meinen Bulgarien-Jingle abspiele, würde ich sagen, wir haben gegen Ende, was ich vermute, was jetzt unmittelbar bevorsteht, doch noch auch noch diese Facette schlagen können. Der Zusammenhang zwischen Pop und Populismus wird weiter erforscht werden, wie ich würde sagen, das greifen wir nochmal auf. Man könnte ja auch umgedreht die Frage stellen, ist das Verkünden der Pop-Künstler von solchen Informationen, dass man Demokratie fordert, ist das auch schon wieder eine Form des Populismus oder eben nicht? Also ich weiß, eine Sache wie, also von dir wird kein Populist. Nein, niemals. Würde ich auch. Tut mir auch sehr leid für die Populismus. Also vor allem wird der, glaube ich, bei Künstlern, gerade so bei Mainstream- Künstlern wird der Schrei nach Liebe wahrscheinlich irgendwann eine rein finanzielle Angelegenheit. Ja, und du musst halt irgendwie die Leute bei der Stange halten. Du hattest ja selber gesagt, das Stadion muss voll werden und wenn die AfD da mit rein muss, dann muss die halt mit rein. Ja, das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Also ich glaube, ja. Also bei Deeper Schmode habe ich gehört. Ja, die schon immer. Die laden ja jeden ein, lassen ja jeden ins Stadion. Gut, aber du jetzt halt nicht mehr, du bist jetzt leider raus. Ab jetzt Hausverbot bei Deeper Schmode. Hier darfst du aber nächste Woche wiederkommen, Beef. Schön, dass du hier am Ende nochmal versucht hast, Big Brain Time aus der Süddeutschen zum Besten zu geben. Ja, das ist was Seriöses. Bevor das jetzt aber ein Einschlaf- Podcast wird, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, unserem Gast heute, Totti, zu danken. Das war wirklich toll, dass du hier warst. Also auch du darfst jederzeit gerne wiederkommen, wann immer es dich juckt, sozusagen mal wieder irgendwo populistische Phrasen von dir zu geben. Ruf uns an, wir können da helfen und dieser Applaus ist für dich. Ihr hört ihn wahrscheinlich nicht. Schön, dass du da warst. Silent Applaus, danke Ben. Das liegt aber nur an der Technik. Hier in der Aufnahme wird der laut und deutlich zu hören sein. Und am lautesten ist der Applaus in unseren Herzen. Genau. Oder damals, wie Boris Becker für die Krankenpflege klatscht hat auf seinem Balkon. Ja. Doch, also Beef überrascht mich jetzt ganz am Ende. Ja, ist es. Muss auch mal überraschen, ist ja auch mal schön. Toll. Hast du doch noch die populistische Kurve gekriegt. Also macht es gut. Und bis in zwei Wochen wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.